Herzlich Willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und wie ihr jetzt eben schon gehört habt, 500 Abonnenten jetzt in ein paar Monaten. Vielen, vielen Dank an alle von euch. Es freut uns riesig und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal ein Age-of-Sigma-Spiel mal wieder zusammen. 5000 Punkte, 2 gegen 2. Wir spielen Nörkel gegen Silbernet. Die beiden zu eurer Rechten sind die Nörkel-Spieler und ich habe mir, weil ich ja noch nicht so der erfahrenste AOS-Spieler bin, gesagt, ich hole mir mal den gefürchtetsten Silbernet-Spieler aus der Region. Ja, auf jeden Fall. Den Schrecken der nordhessischen Wälder, die männliche Eiche mit polierter Eiche und Baumkrone mit kleinen Haselnüssen. Also auf jeden Fall. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das ist ein Dreibein. Das ist ein Dreibein. Das ist ein Dreibein. Wir machen heute 500 Abonnenten-Special. Genau. Und zu allem weiteren Spiel-Spezifischen würde ich jetzt mal ganz schnell weitergeben. Genau. Also die beiden gegen uns beide. Wir können uns ja heute, wir können uns zum Band Report wenigstens kurz Dieben haben. Ah, die haben heute richtig Stress gehabt, die beiden. Wirklich richtig Stress. Das lag nicht an mir. Man kann die gut gegeneinander ausspielen, das ist toll. Das ist er hier, der Zellsetzer. Kleiner Spion. Beim Fußball hab ich auch mal rumgetreten, weißt du? Was wir aber noch gar nicht gesagt haben, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, zum 500 Abonnenten-Special, Special, was für eine Punktzahl wir nicht heute spielen. Hä, hab ich mir schon gesagt. Echt? Guten Morgen. Das ist halt Marcel. Ja, das ist Marcel. Warte. Du hast da auch noch ein Stück Pizza inzwischen gesehen, ey. Ich hab grad Pizza gegessen. 5000 Punkte Nörgeln gegen Silbernet. Armeevorstellung der Silbernetz. 5000 Punkte. Wir spielen heute mit drei Bataillons, Bataillonen. Und zwar haben wir einmal ein riesengroßes Bataillon, das Winterleaf Wargroove. Das enthält einmal alle Modelle von uns. Das Winterleaf Wargroove schreibt vor, dass wir das Forest-Volk-Bataillon spielen müssen. Das ist hier. Das enthält einmal die Brand Wraith. Ja. Zwei Einheiten mit jeweils 30 Triaden und zwei Einheiten mit 10 Triaden. Ja. Zu Brand Wraith können wir noch sagen, dass sie... Das ist ein dummes Wort. Okay? Doch, sag's ruhig. Ja. Ähm. Da muss ich erst finden. Genau. Sie hat den Reif um, dass sie plus 1 auf die Zauber bekommt. Und sie hat den Zauber-Treesome. Ähm. Und unser nächstes Bataillon ist die Three Spirits. Sind die Three Spirits. Das ist einmal ein Dur2 und dreimal Colonel Hunter. Jeweils Visiwick. Sehr gut. Ähm. Der Spirit of Dur2 hat den Dornenmantel. Genau. Das ist, glaube ich. Minus 1 auf Hit. Hier drüben haben wir nochmal 10 Three Revenants. Die spielen wir auch zu 10. Ganz kurz mal. Sieht man die auch? Die Three Revenants? Auf der Kamera? Ach, Manu. Ja, ich hab da so gestellt, dass man sie... Ja, man siehst sie. Gut. Okay. Ähm. Sorry. Sehr gut. Wenn ich nicht davor stehe, sieht man sie. Hier haben wir die Band Witch. Ja, das ist die Witch. Ja. Die hat, ähm, den Verdant Blessing Spell. Also, wie heißt der auf Deutsch? Ach, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ist ja egal. Genau, wisst ihr. Äh, Alariel. Kennt man? Alariel hat den Throne auf den Dornen-Thronen Spell, heißt der, glaube ich. Keine Ahnung, wie genau. Plus auf Zauberwürfe, wenn sie ihn wirkt. Krankenthron. Krankenthron. Danke. Dann haben wir... Nochmal. Sechs Stück. Jeweils alle Dornen. Genau. Vesivik. Ähm. Unser Anführer, den Threlord Ancient. Der hat die Ork in Armor und als Generalseigenschaft den... Knorring... Nein. Verwurzeln? Was denn Ork in Armor? Ne, ne, das andere. Das... Knarne... Knarne Warrior. Ja. Minus 1 auf. Ne, Minus 1 auf Rent, ja. Also Rent von 1 ignorieren. So rum. Ähm. Und die 2 Dutus. Einer davon, der hier. Der etwas hellere, hat ähm... Den... Oh Gott. Hat das Schwert, was einfach minus 4 Rent macht, beim Verwundungshof von 6. Ja. Und dann noch den Endespell, die Schwerter, ganz passend gegen... 5.000 Punkte. Ne, 4.900... Ne, 5.000 haben wir ja nicht gemacht. Okay. 5.000 Punkte Nürbel. War Schrein, 5 Chaos Wars, ein Blackclore, eine Glotkin, Hortikos, Slimehooks, Archon, Great Undering One mit Bell, Hortikos, 4 Blightlords, Battalion, Black... äh... Black... Christ? Kenntest du Black Christ? Black Christ, ja. Black Christ mit den Lord of Blights, 5. Blight Kings, Harbinger of Decay, 10er Block, Blight Kings, 5er Blight Kings. Da haben wir hier 3 Nürglings. Good Roots, Boom, Sorcerer, Lord of Afflictations. Afflictions! Jawoll. Lord of Afflictions. Afflictions und 6 Black Roons. Voll, dann haben wir hier hinten auch schon mal schön breit gestellt. 4 von den Nürglingbäumen. Genau. Und ein Endlesspell am Start. Oh, den Endlesspell, ganz weißt, die Palisaden. Oh, genau. Unser General ist Archeon, deswegen hat er keine Commodability, Items, hast du gesagt. Genau, Items hatte ja den Wegstart. Jawoll. Und hier haben wir Rustfag. Rustfag. Also auch die Nordiff Affliction. Alles klar, das sind genau exakt 5.000 Punkte Nürgl. Megakin of Nürgl gegen die Sylvanade da drüben. Das Schlachtfeld. Jawoll. Hier haben wir es. 5.000 Punkte auf beiden Seiten. In der Mitte haben die beiden Sylvanade-Spieler ihren Wald positioniert. Die haben den Wurf gewonnen und der Nürglraum befindet sich da drüben. Dann haben wir beides aufgestellt. Befinden sich noch ein paar Figuren in der Hinterhand. Nämlich noch ein Dotho und Trücher. Und ebenfalls noch Goodroth's Boom und ein 5er-Truck Plight Kings. Der Rest steht hier so aufgestellt, wie ihr das hier schön sehen könnt. Kannst du dir mal kurz erklären? Wir spielen heute das Missionsziel. Also Missionsspiel. Wir haben 5 Missionsmarkkraft im Spielfeld. Die befinden sich hier in der Mitte. 1, 2 und 3 hinten hin können. Und einer befindet sich hier unten unter den Triaden, so drunter. Und der andere ist hier unten drunter. Ist jetzt folgendermaßen. Wenn man eine Linie, also die äußeren immer kontrolliert gleichzeitig. Beispielsweise diesen hier und den da hinten. Dann bekommt man dafür 3 Siegespunkte auf einmal. Das gleiche auch mit dem und dem. Dafür gibt es jeweils 3. Wenn man sonst nur einen einzelnen von den äußeren kontrolliert, kriegt man dafür einen Siegespunkt. Kontrolliert man den in der Mitte, gibt es 2 Siegespunkte. Kontrollieren tut man, wer mehr Lebenspunkte bei uns innerhalb von 4 Zoll um einen Missionsmarker hat. Richtig. Wir steigen nun genau so in die Partie ein. Und beginnen, so wie es sich gehört, mit dem alles entscheidenden Inniwurf. Bei uns ist es so, wer zuerst mit dem Aufstellen fertig war, bekommt Plus 1. Das sind in diesem Fall die beiden Jungs da drüben. Wink mal kurz, hier zwei Palmen. Nochmal ganz kurz zur Kurzfassung. General Zenbook, Geomantische Städten heißt das Spiel. Geomantische Städten. Alles klar. Wir machen den Inniwurf. Manu und... Nein. Manu und Udu. Wo wird man sich gewalt? Oh, eine gute 4. Eine gute 4. Ein lockerer 3. Gleichstand. Wiederholung. Jetzt gibt es den Plus 1 nicht mehr. 4. Doch, doch. Was? Nein. Ihr dürft entscheiden. Jawoll. Hey, ihr zwei. Wir fangen an, weil wir Wälder stellen wollen, oder? Oder wollen wir die anfangen lassen? Weil die sind schnell. Die sind nur schnell, wenn die zu einem Baum kommen. Der Baum ist mir Dreck. Glaube ich. Geiles Spielfeld, Jungs. So sieht es aus. Hero Face Silver Net. Wir fangen erstmal an bei ihm mit der Command Ability, ne? Achso, ja. Dass er hier die 1 wiederholen darf, glaube ich. Dann auf die 4 plus ein Wald. Nein. Klappt nicht. Dann... Wo ist sie? Da. Da. Waldbeschwirmen. Sechs. Manu, gebannt. Jo. Ja. Mit Aker. Mit Aker. Ist gebannt. Gebannt. Mhm. Also sie versucht, Trian zu beschwören. Acht. Plus eins, neun. Warum gibt sie plus eins? Weil sie den Reif auch hat. Okay. Dann hätte ich ja... Neun. Rotikus. Jo. Geht durch. Trian. Ja. Sie will einen Treelord... ...beschwören. ...beschwören. Ja. Das geht ja so. Jo. Einmal auf dem Spiel. Den wir gleich mal hier passend auf. Dann den Ranken drohen. Klappt. Acht. Wir probieren mal zu bannen. Jo. Gebannt. Mit Rotikus. Okay. Mit Mystic Schild auf sich selbst. Macht sie. Scheiße. Lass sie dich machen. Was für eine Peitsch hier machst du? Sieben. Mystic Schild. Könnt ihr nochmal bannen? Ja. Wir müssen mal gucken, was ein 30 ist, ne? Ne. Guck siehst. Ne. Machen wir dran? Ja. Dann der Great Anglimo. Der ist dran. Mhm. Was habt ihr gehabt? Sieben. Könnt ihr noch ein Zauber? Ist durch Mystic Schild? Ja. Ja. Wir haben vorhin nochmal die Bataillonsfähigkeit von den Körnishuntern hier. Bataillon genutzt. Dass die in der Bataillonsphase, also in der Heldenphase nochmal 5 Zoll also schonmal bewegen. Zu einem Ziel. Da hatten wir die hier genommen. Ansonsten ist alles nach vorne hier hinten. Die Typen haben wir weggeportet, die Tree Revenants. Und sind dann innerhalb von 6 Zoll um die Kante da hinten rausgekommen. Und ja. Ja. Schussphase. Die hier. Erstmal auf die Drohnen hier. Der Chef trifft eins besser, ne? Jo. Dann erstmal die Normalen auf die 4. Auf die 3. Minus 1. Fünfer. Safe. Auf die 3. Nein. Die Typen hier machen das gleiche. Auf die 3. Auf die 3. Auf die 3. Auf die 3. Zweimal minus 1. Fünfer. Beide durch. T3. Jo. Zwei. Fünf. Fünfer. Zwei. Zwei Schaden? Jo. Die letzten, ich kürbel. Ja. Auf wen schießen die? Auf die andere Fliegel. Ja. Ich habe für den Chef die kleinen Würfel. Alles klar. In einer Kippe. Jawoll. Der Chef trifft nicht. Doch, der steht auf die 2, oder? Ja, 4, 3. Ja, 4, 3. Okay. Jawoll. Auf wen war das? Auf die Drohnen. Ja. Ein 6er. Schaden. Drei Stück? Jo. Das sind 3... 7. 6. Achso. 7. 5 los. 3. Stark. Stark. Starke Retter. Eine tot oder was? Nee. Hat 4 liegen, glaube ich. Fünf. Ich guck mal da. Ich guck mal da. Al Ariel. Nee, kann noch 5 sein. Brauchst nicht. Ich guck schon. Hat 5. Schießt. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. 2. Jawoll. Minus 2. 5er. 5er. Ist durch. D6. Kippe. Rent. Rent nochmal. Nein, eigentlich das hier. Aber soll ich nochmal werfen? 4. 4. 4 auf die 6. 3 Schaden, bitte. Ja, das war's. Und Punkte zählen. Einer. Hier gibt's 2. Und dann für die äußeren 3 sind wir auf 6 Punkten. Genau. Dann kriegen die beiden hier. Team Bäumchen. 6 Punkte. Yes. Wir fangen tierisch an. Erkennt uns den General. Der nutzt seinen Comment Point. Der Comment für die Commentability. Dass alle Helden von uns ihre Comment Befehlsfähigkeit nutzen können. Ohne einen Comment Point auszugeben. Ist das auch praktisch oder theoretisch? Erstmal theoretisch. Praktisch machen wir's jetzt. Es geht los. Akira macht das. Das heißt, wir können die vom Crater & Clean Run nutzen. Eine Nörkeleinheit plus 1 Attack geben. Vom Heartbringer nutzen. Die 7 Zoll die Bubble zu machen. Für alle Rotbringers und 5er Retter. Die vom Note of Reflection. Dass er eine Puskoll-Blightdote-Einheit auswählen kann. Die er plus 8 Zoll Move geben kann. Die vom Klotkin nutzen. Dass er eine Einheit wählen kann. Die haben die plus 1 auf den Mundzauber. Das ist ein Mundzauber. Ah stopp. Seine Commentability. Dankeschön. Innerhalb von 14 Zoll bekommen alle Nörkeleinheiten plus 1 auf den Attack-Wert. Das sind viele. Und dann können wir noch die von Lord of Blights. Hier ist er. Der darf eine Nörkeleinheit bestimmen. Innerhalb von 21 Zoll. Und diese Einheit muss, wenn sie beschossen wird, muss die feinliche Einheit 1 vom Hit-Roll abziehen. Zusätzlich haben wir einmal pro Spiel darf die Schnecke einen Baum stellen. Den haben wir hier hingestellt. Genau. In der Heldenphase haben wir schon ermittelt, wie viele Infektionspunkte wir haben. Und da wir zwei Bäume haben bekommen, haben wir da vier Punkte erwürfelt. Das heißt, wir haben insgesamt schon acht Infektionspunkte. Kommen wir weiter in der Heldenphase zu unseren Zaubern. Wir beginnen mit Klotkin. Der probiert ein, dass sie ein Leben mehr haben, die Lightlords. Genau. Und zwar auf die 7. Kommt mit der 6 nicht. Nicht. Mhm. Dann probieren wir ein Mystik-Schild mit der Klotkin. Das kommt mit einer 10. Wollt ihr das wann? Ja, müssen wir, weil... Ja, der ist in Reichweite hier zu sonst nichts, oder was? Jupp. Der ist auch da für eine Reichweite. Ne, ist auch nicht da in Reichweite. Der ist für gar nicht so eine Reichweite. Super, dann lassen wir das. Gutes Stellungsspielen hier jetzt. Müsste ich Schild fielen? Dann machen wir... Willst du mit solchen schon weitermachen oder mit Arcaion? Ne, lass uns mal, dass wir den 6 plus probieren, die zu heilen. Mit dem willst du noch? Mit dem, mit dem. Ach so, in der Heldenphase dürfen wir noch testen. Genau, auf die 6. Genau, auf die 6 plus würden die heilen. Nein. Und hier auf die 6 plus? Ne. Okay. Ansonsten hat keiner Schaden gekriegt, ne? Die Blight Kings sind nicht in 3 Zoll. Doch. Doch. Und 6 plus? Ne. Okay. Schade. Bei denen dürftest du es nicht, ne? Ne. Ne, ne. Die haben es nicht. Dann probieren wir Seuchenwind. Alles klar? Seuchenwind hat ein Zauberwert von 7. Nein, reicht nicht. Schade. Hat das nicht 6? Ne. Hat das nicht 5? Ne. Ne. Mach selber für dummer Seuchenschauer. Komm. Ne. Wir haben hier ne Wette. Ne. Das ist haben wir die Wette. Stimmt. Ne. 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 3 tödliche geben. Auf jeden Fall. Die müsst ihr bannen. Da hinten die. Oh ey. Top. Mit der 10. Nicht schlecht. Schade. Ach. Das zählt trotzdem für mich dann. 6er Träger wieder verloren. Genau. So. Noch irgendwas? Na klar. Der Wochschrein probiert das Gebet auf die 3 plus. Jo. Der Archeion darf fade. Und wollen es wiederholen. Mhm. Dann würfeln wir ihr was er wiederholen dürfen. Das ist ne 1. Die Gegner müssen 1 gegen ihn wiederholen. Oder dürfen es nicht. Oder dürfen es nicht. Genau. Das ist entscheidend gegen unsere Bataillonsfähigkeit. Ist das relativ? Ich kann ausschauen ob ihr jetzt 1 wiederholen dürft oder nicht. Und wir sagen dann dass ihr 1 nicht wiederholen dürft. Na klar. Dann probieren wir. Also ihr dürft dann auch nicht eure 1 wiederholen. Herrliche Pestboy. Mhm. Fehl? Ne. Kommt nicht. Ich bin kein guter Zauberer vielleicht. Machen wir einen Arcane Bolt noch als nächstes? Wer macht das Arcane Bolt? Kannst ja auch so. Der Crater in Cleanmon. Kommt auf die 10. Mh. Band Alariel. Mh. Aber ist gebannt. Ja. Schloss auf den Reichweite. Krass halt. Wer hat das gebannt Alariel? Ja. Irgendwer hier. Also es war eh der letzte Zauberer. Zauberer oder? Mhm. Ja. Dann ist halt sie da hin. Dann ist der kleiner. Dann gehts auf jeden Fall. Ja. Rotikos macht den Endespell auf die 5 Plus. Wir haben meine 10. Versucht sie dann? Jo. Das bannen wir. Nicht? Nein. Dann stellen wir den auf. Okay. Dann stellt den mal hin und dann würde ich sagen kommen wir gleich in den Gegenfall. Die Combat Ability noch. Der Crater in Cleanmon macht seine Combat Ability auf die solchen Drohnen. Ähm. Der Hubbringer macht seine 7 Zoll. Ansonsten müssen wir kein Target aussuchen. Doch der Blood of Blinds macht auf Achaon, dass ihr Minus 1 auf Hit in der Shooting Phase auf ihn habt. Alles klar. Der Block hier ist nach vorne gerannt und kann trotzdem chargen, weil die zwei Bäume... Ist so. Ist so. Wir haben die neuen Bäume drüben hier beschwört, deswegen könnt ihr auch chargen. Alles klar. Weiter. Hier ist irgendwie alles nach vorne und so. Einfach alles Vollgas nach vorne. Da hinten sind wir geblockt, geschockt. Geblockt, schockt. Geblockt, schockt. Was sagst du dazu? Geblockt, schockt. Hohi. Und jetzt? Shooting Phase! Mach mal wieder. Hau mal rein! Du fängst aber mit den Blacklings? Geht nicht, weil die sind ja gerannt. In der Tat? In der Tat? Ähm. Decks. Dann schieße ich mit den Black Thrones als erstes. Sollen Drohnen. Auf die Conna Tanta. Auf die Conna Tanta. Jawoll. Das sind 12 Attacke. Ja. Auf die 4. Ist nicht cool. Und auf die 3. Fünf Stück. Auf die 4. Fünf Stück. Auf die 4. Das ist richtig schlecht. nicht mehr. Das ist ja sowas. Stimmt, die 1 sind halb ich wiederholen. Dankeschön. Eine. Trotzdem einer weg. Ne, fünf Leben hat er. Ein Leben hat einer noch. Du würfelst heute nichts mehr. Du würfelst heute nichts mehr. Hast du nichts? Klotkin. 3 plus. Auf. Triaden. Das wird ein Fehler für uns selber. 4 plus. Jo. Rent minus 2. Ja, dann haben wir noch einen Sechser oder was? Ne. Ne, gar nicht mehr. 2 D6. Neun. Sehen wir nicht. Neun Schaden. Eine steht noch. Nimm die vorderen. Nein, die vorderen. Immer die vorderen wegnehmen, wenn die Charge größer wird. Die können doch nicht mehr Chargen. Doch, doch. Die können Chargen wegen ihnen. Ja, komm. Wir können dann die Konne dann lauter haben. Ja. Das war's. Das war's schon mit Schießen. Alter, hast der geklappt? Akayon kann auch schießen, oder? Ne. Ne? Der Creator im Team kann schießen? Ne. Nichts in Reichweite. Nur 7 Zoll. In der Tat. Gut, dann kommen wir in... Das Blake schießt aber noch. Das würde ich gerne machen. Ja. Du kriegst, ähm... Wenn wir auf 3 anstehen, minus ein Hit plus ein Hit. Warum kriegt man auf die Minus ein Hit? Weil es am Reich steht. Gut, okay. Das letzte ist noch. Das Katapult. Schießt in die Triaden, Truppe hier oben dran. Truppe. Oh. Trifft auf die 3, weil plus 3... Mit Feuerdingern schießt die? Mhm. Das macht denen aber nichts. Ne. Weil die sind schon am drin. Die abgefangenen Triaden und nochmal auf die 3 hin. Ne. Uh, Glücker. So viel... Ja, dann kommen wir jetzt in die Chargeface, ne? Deswegen müssen wir zwei spielen. Ja, genau. In der Chargeface sagen wir auf jeden Fall an, dass unsere Körner dran verbot sind. Alle? Oder? Bisschen ein Einfachstoff? Auf jeden Fall. Was auch immer das machen. Alle machen das. Dann können sie nur 1 Zoll nachpeilen, aber ähm... Alles wiederholen. Genau. Die auf jeden Fall hier. Ja, alle. Ja. Machen sie das. Die Blood Kings. Neuner Charge. Joa. Acht. Die drohen doch hinterher. Acht. Verstanden. So sieht der Schreck jetzt aus. Und dann wird auch gleich weiter gecharged. Die Blood Kings. Ja. Neun. Das reicht. Nächster Charge. Light Kings. Wo wollen die denn jetzt noch sein? Uuuuuh. Die kommen da hinten rein, ne? Die kommen da hinten rein, ne? Ja, 13. Naja. Ja. Warten mal ab, was da passiert. Die Blood Lords chargen ebenfalls. Acht. Acht. Könnt ihr eigentlich auch noch eine Drei würfeln? Zwei? Oder? Drei hätte ich auch okay gefunden. Naja. So. So. Die stellen ja auch so. Mit Reichweite. 14 Zoll. 14 Zoll ist hier oben. Und dann würfeln wir so, dass Akayon sich hier hinstellen kann. Okay? Du würfest so. Piep. Arche. Piep. Piep. Uuuuuh. Oh wei. Oh wei. Könnt ihr mal andere Würfel nehmen? Wer dann da hin, ne? Das ist doch, warum ich mit diesem Kerl nicht auf dem Turnier fahre. Das ist aber unfair. Das hat nur noch eine Runde. Vor unfair. Du fliegen geheimnis. Passt sogar da hin. Der passt ruhig da hin. Gut gestellt. Marek. Ähm. Ihr probiert ja auch den Charge. Ja. Und wen? Wo will der denn noch hin? Schau mal dann mal. Drei. Ja, guckt's euch an. Schade. Wiederhol, komm. Nein. Können wir ja gerne machen. Das ist mit dem 1,5. Willst du das? Ist das so wichtig? Aber wir müssen jetzt den Scheidern wiederholen. Das war so von dir. Ich hätte erst ihn gemacht. Ne, das ging nicht. Ach so. Komm jetzt mach hier. Die Leute warten. Lass ihn da durch. Lass ihn nochmal da. Ja, dann lassen wir ihn da. Auf geht's. Nächster Charge. Ja. Ja. Ja, auch rein. Hier. Vier. Was ist der da durch? Ja. Hab mal den Doppeltörn. Aufbreitreffer. Aufbreitreffer. So weit sind wir noch nicht. Aufbreitreffer, auch die vier plus? Ne. Ja, ein kleiner Sieg vor uns. Kein Aufbreitreffer. Okay. Dann peilen wir mal rein. Was wollt ihr denn hier zuerst machen? Die. Jo. Okay. Los geht's. In der Combat Phase. In der Combat Phase. Die Bright Peaks werden als erstes ausgewählt. Sind reingepeilt. Und schlagen nun mit den dreien auf die Kona Tante. Der hier schlägt auf die Triade. Wir fangen an. Das sind 14 Attacken mit den dreien auf die Kona Tante. Auf die dreien. Okay. Vier sechsen. Eins hab ich nicht geholt, ne? Ne. Ist alles ausreichend. Gut. Dann haben wir vier sechsen. Elf. Fünfzehn. Sechzehn. Vier. Fünfzehn. Sechs. Sieben. Sechs. Insgesamt 23. Okay. Machen wir gleich dran die Verbundungswürfe. Aufschnitt rein. Ups. Der hat halt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn. Sehr füge bitte mit Rent minus eins. Rent minus eins. Das heißt, alles wiederholen, nur Vierer nicht. Genau. Und auf die Fünften. Hast du noch ein paar dabei? Drei? Die Vier noch nicht? Gut. Dann musst du noch ein paar, fünfzehn, sechs und würfeln. Ich sag's dir, ey. Der packt gleich keinen Würfel mehr an. Das sind noch ein paar. Oh, gut. Gut. Ist okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut. Einer weg. Einer noch drei nehmen. Hast du jetzt gegen zwei? Du musst den Chef. Wer ist der Chef? Wer ist der Chef? Der darf gesagt. Der muss noch vier Attacken machen. Nimm die ganz rechts. Nimm die Großen. Gut. Dann schauen wir mal, was wir aktivieren. Äh, ne. Ich bin noch kurz in einen. Achso, richtig. Ja. Wollen wir sie wegnehmen? Ne. Oh. Einmal D6. Vier. Was drauf? Die Dreien. Drei. Drei. Fünf plus. Komm. Zeig mal, was du kannst. Einser Weaver. Sechs plus. Ja, aber ist eh weg. Ja, das rennt es. First Blood. First Blood. Gaby gibt es nicht. Die Dryaden hauen zurück. Ja, es sind jetzt, äh, acht können nicht zuhauen. Auf die vier. Einsen müssen wir wiederholen. Und sechsen auch. Und sechsen müssen wir dann auch wiederholen. Die hier. Ja, warte. Da kommt er nach. So und so. Und das. So, dann kriegen wir zusätzlicher. Sechs noch eine zusätzliche. So, dann kommen die einfach. Wir füllen nochmal kurz ein. Ja, warte doch. Achso, entschuldige. Stark. Musst du wiederholen. Die Sechsen. Nein, nicht die wiederholte. Wiederholte, die wiederholte. Okay. Und wiederholte. Das war doch die zusätzliche Attacke. Das war nicht die wiederholte. Achso, das war eine zusätzliche Attacke. Ja, dann müssen wir uns wiederholen. Einen nochmal kurz wiederholen. Jawoll. Auf die vier wieder. Und da müsst ihr die Sechsen auch wiederholen. Sechsen wiederholen. Und Einsen dürfen wir hier auch wiederholen, ne? Nee. Nicht nur beim Treffen. Also eine? Ja. Bis jetzt? Eine, ja. Wir machen es einfach weiter. Ich lege die hier in eine. Das war wie erwartet schlecht. Die sind weniger als 51. Ja. Nee, die sind weniger als 51. Und die letzten. Auf die vier. Die Sechsen wiederholen. Erstmal die Einsen wiederholen. Hier hinten. Jetzt raus. So, die Sechsen wiederholen. Ja. Wenn das nicht wäre, dann wäre es so stark. Das nicht wäre. Boah. Und auf die vier. Ne, ich weiß. Ich gebe dir recht. Drei Stück, ne? Vier Stück. Äh, drei Stück, ja. Jo, sind wir bei vier. Der Safewurf, der Brightlords auf die Fünf. Auf die Vieren. Und der eine Retter auf die Fünf. By the way, wirft Robert auch keine Würfel mehr. Ja. Da. Auf die Blythe Kings. Auf die Two Revenants. Fünfzehn Attacken. Drei plus. Ach du Schein. Guck mal, nur eine Sechsen. Juhu. Ich würde sagen, Manuel würfelt bei euch jetzt mal weiter und Nils bei uns. Drei. Das war nicht so gut. Drei plus. Zwei nicht. Neun Stück. Neun Stück. Nils, komm, komm, komm. Wie für ein Safe? Weißt du was für mich? Fünf. Sechser. Sechser? Also haben wir jetzt sechser, weil wir müssen jetzt eins haben. Ja, die kann man ruhig mal bereitlegen, die Würfel. Nils, komm doch mal. Das sind 50 Cent. Einen dürft ihr wiederholen, wenn ihr möchtet. Ja, auf wiederholen auf jeden Fall. Also sind Achte weg. Da leben noch zwei. Wir aktivieren die Triaden da. Mit 21 Würfeln. Auf die vier. Einsen wiederholen, Sechsen wiederholen. Muss ich Sechsen? Ne, Sechsen. Nur den Bund. Nur den Bund. Was? Sechsen machen aber eine Attacke mehr. Ja. Das ist schon ein Teil des Partei uns, oder? Boah, die sind stark. Das ist eine Fummelarbeit hier, ne? Das sind zwei, sechs Attacken mehr. Habe ich sechs, ja. Boah, halt dieses. Ne, da geht was, da geht was. Und wieder aufs, die vier. Jetzt die Sechsen? Also über den Robert beschwerst du dich, Nils. Hut ab. Hm? Ich hatte weniger Würfel und habe jetzt mindestens genauso viele Treffer gemacht. Sechs Stück. Safehook. Auf die fünften. Ritter, auf die fünften. Zwei. Stopp, genau eine. Na, klasse. Der Haar. Du hast Blatt. Oh, gut. Diese vier Black Kings greifen die Colorhunter rein. Sechzehn Attacken, Jungs. Auf die dreien. Boah, du Gott, Jenny. Sind die in sieben Zoll von der Dings? Ne, nein. Willst du nicht noch ein paar mehr Sechsen würfeln? Nein. Okay. Sechsen haben wir so, so viele. Das sind zehn, neunzehn dazu. Ich habe hier fünf. Ich habe hier zehn und dann nochmal vier. Und nochmal vier bitte? Jupp. Ich muss gerade ein bisschen aufstoßen, wenn ich das sehe. Ja, zum Essen. Ah, Gott, Jenny. Soll ich den einmal holen? Ja. Mal kurz frechen gehen. Ich komm, würfel den doch mal hinterher. Alle eins und zwei raus. Okay, machen wir es mal ganz schnell. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Mit Wert minus eins. Also vier nicht vier holen. Ja. Alter, wie schlecht ich safe. Da wurde der holen. Da wurde ein Tor abgewechselt. Da wurde die Hand gewechselt. Uuuuh. Uuuuh. Der Torabwechsel hat sich gehört. Gehle. Geht nur einer, ne? Ja. Einer und einer hat noch ein paar Runden. Wir aktivieren natürlich jetzt die Triaden. Bleibt uns ja nicht mehr anders übrig. Fünf Stück auf den dicken da. Einer auf ihn hier. Und vier Stück auf die Drohnen. Erstmal die vier auf die Drohnen. Ja. Muss ich sechsen wiederholen? Sie Senor. Ja, geil. Geil. Und wieder. Und sechser wiederholen. Eine. Eine. Auf Verkehr. Auf die Drohne. Auf die Drohne. Safe. Sechs. Jo. Dann die Fünf. Erstmal die da auf ihn da. Okay. Eins wiederholen. Okay. Und jetzt die Fünf. Auf Kretan Giemann. Ja. Die Wolle ist schon fies, ne? Eine Zusatzattacke. Hast du Doppel Sechs, Doppel 6,5? Ja. Alter, stark. Jetzt aber, jetzt aber. Komm, komm, komm. Mhm. Sechsen Rebo. Danke. Zwei Stück. Zwei Stück auf dem Kretan Giemann. Fünf. Vier plus. Safe. Okay. Dann. Auf Verkehr und habt ihr nichts gemacht? Doch. Aber da kam nichts durch. Ach so, da kam nichts durch. Gut. Dann seid ihr mit den dreien hier dran, ne? Ja. Erstmal haben wir dazwischen noch hier und dahinten. Ja. Und wir haben ja noch die. Ja. Die auch noch. Mach doch die Drohnen. Komm. Gib mir nur. Die zweite. Die Plague Thrones attackieren auf die Triaden. Wir fangen an mit dem Plague Sword. Das sind dann 16 Attacken. auf die Vieren. Auf die Vieren. Und danach hinterher auf die Dreien. Auf die Dreien. Auf die Dreien. Das sind drei, sechs, sieben. Hier sind die Stinks. Hier sind die Stinks. Drei gesetzt. Ja. Dann sind wir bei. Und die letzte Attacke, der Stink. Hier plus. Auf die Vieren. Ach du lieber Himmel. Das war der Gold. Das war der Gold. Hast die aufgerufen bis zum Schluss. Mhm. Und nochmal auf die Dreien. Die haben Rent. Minus eins. Genau. Oh je. Und da gehen zwei nicht durch. Und die würden jeweils D3 machen. Ja. Ja. Alles sieben. Sind die Dreien tot. Egal. Ja. Tot. Keine Ahnung. Vibe out. 3, 6, 9, 10, 16. Also 16. Hast du die Peggy Würfel oder was? Das gibt's ja. Die Körnet Hunter hauen zurück. Chef trifft auf die 2. Das ist der rote. Und auf die 3. Was hast du jetzt wiederholt? Warum hast du denn den einen wiederholt eigentlich? Die 1 dürfen wir doch wiederholen wegen dem Batterie. Das sind keine Dreien. Ja. Das sind keine Dreien. Ja. Ne warte. Die Dreien kriegen auf die 6 in der Attacke mehr. Die 1 dürfen wir wiederholen. Das ist schon richtig. Achso. Aber das war eh eine 1 gerade. Dann ist egal. Ja. Dann passt's. Dann haben wir 6 Stück. Die 2 6 wiederholen wir. Passt. Jawoll. Dann 6 Stück. Mit Rent minus 1, ne? Ja. Dann haben wir einen 5er. Dann sind 4 durch. Also 8 Schaden. Ne, die 3, oder? Ne, die machen 2 konstant. Ahja. Okay. 4, 8. Gib dem Chef 4 noch. Welcher ist denn der Chef? Der neben. Gib dem 4 und der kriegt dann noch 1 Lebenspunkte. Er hat 5 Leben. Archeon. Jupp. Wir fangen an mit den ersten. 5 Attacken. 2 plus. 3 plus. Alles wiederholen. Die 3. Jetzt 3 plus. Alles wiederholen. Brauche ich nicht. Red minus 1. 6er. 5er. Wer ist die 6er? Durch. 9. Ja. Eine lebt noch. Und 3 Attacken. Oh ne, jetzt machen wir kurz die, wir wollen ja den, dass er heilt. 6er Attacken. Habt ihr einen schlechter getroffen eigentlich? Ein bisschen Interesse im Wald. Nein, haben wir nicht. Es war trotzdem 4. Es war egal. 2 Einsen hab ich weggemacht und die anderen waren drüber. Ja. Weiter. Jetzt dann auf die 5. Auf die 3. Die 2 Stück, ja, Red minus 1. Warte, die darf ich auch wiederholen? Ne. 1. 1. Tot. 1 Schaden und wir können jetzt 2 Effekte ausmachen. 2 Effekte. 2 Effekte. 1 oder 2? 1. 1. 1. Ja, wir heilen dann. Ne, geht nicht. Wenn Monster und Hero kannst du nur hier. Du machst Schaden. In 7 Zoll kannst du D3 Model Wounds geben. Genau. 7 Zoll, eine Einheit. Heilen kannst du nur, wenn du Monster und Hero tötest. Dann geben wir es dir nach hinten gleich. D3 tötlicher an die? Eine. Könnt wegnehmen, wo wollt. Die da. Der Chef ist rot. Der trifft auf die 3. Der andere auf die 4. Einen dürfen wir wiederholen. Und 6 müssen wir auch wiederholen, oder? Ne. Er ist in der nächsten. Ach, nur so beim Verbunden. Der Chef auf die 3. Ja. 2 Stück, ne? 2 Stück. 2 Stück Rendon? Ne. Beide durch. Dann sind es 2 Schaden. Die Blight Lords attackieren die Triaden. 4 plus 1er Reroll. Habt ihr den Bonus ein? Ja. 1er Reroll. Ja. Wegen Lord Reflection. 3. Und sonst nur 1. Oh. Auf die 3, oder was? 4. Jetzt auf die 3 jetzt. Eine 3 war noch dabei. Jo. Okay. Danke. Danke. Danke, Robby. Und auf die 3. 8 Stück. Kein Wend. Nilsson. 5, 7, 8. 5 plus. Habt ihr kein Wend? Kein Wend. Dann ist es auf die 4 plus. Achso. Stimmt. 1 auf die 1. Wend sie wiederholen. Bringt trotzdem überhaupt nichts, ey. 2 Stück. Dann sind es 6 weg, oder? Ne, 7 mal. Ne, 8 mal. Ja, 6 weg. 4 Stück. Auf die 5 plus. 1. 1. 3 plus. Der eine war noch 5. Jo. Rate minus 2. 6er. Nein. 4 plus. Weiter geht's. Auf die 4. Jetzt kommen die Mouthparts. 4 plus 1 rüber. 4 plus ist auch schon auf... Minus 2 nicht, ja. Schon weg. Okay. Und auf die? 3 plus. Mein Gott. 3 Stück. Kein Wend. Vierer. Eins wiederholen. Vorrat wechseln. Kein Ding. Kein Ding für dich, Robby. Läuft. Und die letzten sind die Stinks. 4 plus. 5 plus, Entschuldigung. 1er reroll. Mein lieber Herr Gesangsverein. 3 plus. Und 3 plus. Minus 1. Die wollen jeweils D3 machen. Minus 1. 4 Stück. 1er reroll. Mein Gott. Ey, Robert. Robby. 2. Und 6 nämlich die ganze Zeit. Wuuuuh. Scheiße. Die letzten. 4 Attacke. Auf die 4. Eines wiederholen. Ja. Halt, stopp, warte. Wir dürfen einmal in die Probe. Auf die 3. 2 Stück. Minus 1. 5. 2. Die müssen keinen machen, oder? Die da sind weg. Und dann geben wir hier 2 Command Points aus. Also für die da und die da. Also durch die beiden hier. Und dann laufen die nicht weg. Müsst ihr irgendwo machen? Nein. Die Drohne müssen wir keinen machen. Die Drohne müssen wir keinen machen. Die Drohne muss machen. Ja. Eine 1 wäre cool. Jaaaa. Kriegen ein Modell wieder. Du gewinnst doch eh, Robert. Innivorf. Oh oh. Mit einer 2. Hier habt sie. Oh mein Lucky. Stampfen müssen wir noch. Das haben wir ganz vergessen. Hier 2 Würfel auf die 4. Keiner. Und hier eine. Da einer. Die Palisaden. 6 Zoll herum. Auf die 5 plus kriegen sie minus. Der Treelord. Nein. Der Conrad Hunter. Nein. Dutu. Der wichtigste. Nein. Die Conrad Hunter bebürgen die Hell. Ja. Die mit Feuer. Ja. Und die Triaden. Nein. Und die Burnrave. Nein. Und die Witch hast du auch schon? Die Witch. Jo. War nicht schlecht. Eher hier. Wald erwecken. Wald kommen. Meine ich doch. 5 plus kommt ein Wald. Und dann. Wald erwecken. Zauberwert 6. Macht. Wir probieren es zu bannen mit. Ähm. Klotkin. Mit der Klotkin. Nein. Reicht nicht. Gut. Dann. Die 3 Tötige für die Bleiblords. Die hier. 2. Auf die 5 plus rette ich. Gehen 2 durch. Äh. Arkea. Die 3 Tötige. So ich den mal überall hinlegen immer? Ich hab's mir hingelegt. 2 Tötige für die Bleiblords. Okay. Brennt. Eine. Eine. Fünfer Ritter. Ne. Sechser. Fünfer nochmal. Ja. Zehn. Klautti. Äh hier. Klautti. Klautti. Äh hier. Klautti. Brennt. Fünfer nochmal nicht da rein. 3. Auf die 5. Auf die 6. Auf die 6. Auf die 6. Ne. Der frisst 3. Die Black Drones. 2. Auf die 5. Eine. Und? Ach ne. Weiter weg bist du. Weit weg. Hier hinten die beiden. Erstmal einen Wald holen. 8. Kommt. Erst durch. Wald holen. Okay. Dann machen wir gleich Triaden holen noch. Nein. Stopp nicht. Ganz kurz mal. Würfel mal auf die 5. Plus. Ob der Wald erweckt wird. Ach hier. Wegen dem Zauber den ich gewirkt habe. Ne. Und äh. Ist das nicht für jede Einheit? Nein. Für den ganzen Wald. Nein. Würfel immer für den Wald. Valariel. Rankenthron. Zauberbär 5. Ne. 10. Äh. Erprobe zu bahn. Ne. Plus D3. Drei. Stark. Auf die 5. Plus wird der Wald erweckt. Ja. Ja. D3 Tüttchen für die Blightloads. Drei. Drei. Fünf plus. Zwei. Zwei. Geht einer auf einen. Und auch für Arcao. Genau. Zwei. Äh. Fünf plus. Nochmal. Fünf plus Handbraker. Sechs plus. Walshwein. Ne. Zwei für Arcao. Great Antimo. Eine. Fünf plus. Sechs plus. Geht auch durch. Nightrone. Äh. Black drones. Eine. Fünf plus. Geht durch. Nils der alte Silvaner Profi. Nehm ist mir mal kurz aufgefallen. Dass das Wald der Wecken nur innerhalb von 1 Zoll Schaden gemacht. Und da die weiter wegsend 1 Zoll sind. Kriegen die dann den Schaden nicht. Wir hatten das während 3. Alles klar. Vielen Dank. Mit der Morphose. Plus drei. Reicht nicht. Drei. Sechs. Auf was ist es? Sieben. Sieben. Okay. Mit der Morphose ist doch auf die Sechs. Manu, wann? Auf die Fünf passen. Auf die Fünf passen. Wir brauchen eine Sechs. Jo. Sechs. Gewandt. Ich hab ja eine Sechs. Ihr müsst da drüber kommen, oder? Du hattest eine Fünf gehabt. Nein, ich hab eine Sechs gehabt. Stimmt. Ist durch. Richtig. Sechs Würfel. Auf wen wollt ihr denn? Fünf Würfel oder nicht? Sechs. So. Sechs Würfel auf die Vier Plus. Auf die Typen hier. Vier Plus. Biker. 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 Fünfer. Steht. Okay. Dann haben wir weiter weg. Wird jetzt aber nochmal? Ja. Fünf Plus. Ein Würfel. Nein. Mystic Schild. Steht. Das brauchst du gar nicht banden. Kannst du gar nicht banden. Nein. Richtig. Hast du recht. Hast du wieder selber ein Mystic Schild? Weiter weg. Nein. Und der letzte Zauber von dir? Nein. Wir haben doch schon drei gemacht. Auf der ganzen Karte. Know your army. Habe ich doch gesagt? Know your army. Katapult. Bewegungsphase ist vorbei. Hier alles ein bisschen Platz gemacht. Tritscher rausgekommen. Dann haben wir hier hinten noch einen Durto rausgekommen lassen. Die sind so ein bisschen nach vorne gegangen. Stehen geblieben. Nach vorne. Nach hinten. Hier rüber. Mit vorhin in der Heldenphase fünf Zoll. Dann nochmal fünf Zoll. Und ja. Schießen. Durto. Auf. 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 Inder. Auf die vier. Eins wiederholen. Top. Alter. Mein lieber schon. So jetzt. Auf die drei. Alles wiederholen. Fünf. Fünf Stück. Minus eins. Fünf. Fünf. Fünf mal. Der brennt. Der brennt doch nicht ey. Klar brennt ja. Äh. Sechser. Halt stopp. Erstmal schaden oder? Erstmal musst du auch noch. Die drei. Warte stopp. Das waren. Achso mach jetzt mal die drei. Erstmal. Das waren die ersten Retter. Nicht Sechser. Erstmal fünf mal die drei. Ja. Drei. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Mach noch. Welche hinterher. Drei. Jetzt brauchen wir nochmal fünf. Uh. Stark. Jetzt noch die auf die sechs. Drei Stück. Auf zehn. Alter der macht die drei. Heftig. Der andere Dudo auf die Blythe Lords. Auf die vier. Dürfen wir das wiederholen? Ne. Einsen. Jetzt darfst du alles wiederholen. Auf die drei. Lass die sechsten mal bitte liegen. Ich will was nachgucken. Drei Stück. Drei Stück. Der hatte ja gebrannt. Und dann darf ich. Ne ne. Das war schon richtig. Drei Stück. Der hatte gebrannt. Und dann dürfte ich ja wiederholen. Also. Vier Stück. Minus eins. Achso. Fünfer. Drei Stück. Drei Stück. Drei Stück. Sechs. Acht. Achso. Fünfer. Vier Stück. Drei Stück. Ja. Der letzte Dodo in die Typen hier rein. Drei Stück. Ja. Der war auf D3 nämlich. Drei Stück. Auf ihn hier. Auf die Drei. Auf die Drei. Alles wiederholen. Vier Stück. Minus eins. Fünfer. Ein Schaden jeweils. Nur Fünfer. Fünfer. Und Sechster. Ne. Zwei Schaden. Der Drittschirmer macht ihre Schmetterlänge erstmal hier ihre Zehn. Stück. Auf die Sechs. Alter. Zwei Stück. Eins wiederholen. Nein. Nein. Schade. Ey. Würfel mal Retter. Würfel mal Retter. Ach. Die Blythe Lords waren ja. Ich dachte die Blythe Kings waren ja. Zwei Retter auf die Fünf. Ne. Okay. Dann kommen jetzt die Blythe Kings. Null. Der brennt. Dann ist auch schon einer brennt. Okay. Würfel du lieber. Arkeen. Zwei. Fünfer. Mhm. Fünfer. Fünfer. Sechster. Komm schon. Einer. 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 Einschaden. Er hier. Zwei. Ja. Mein Gott. Einer brennt. Der brennt doch nicht. Doktor. Alles was drauf. Sechster. Fünfer. Der hat doch kein Fünfer. Richtig. Zwei Schaden. Dann der daneben hier. Sein Rattel Hügel. Nix. 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 Das war's. Ja. Stark. Leider. Alariel. Ne Zwei bitte jetzt. So. Die Zwei. Alles wiederholen. Jo. Minus. Zwei. Minus Zwei. Ja. Sechster. Schaden. Die Sechs. Sechs. Fünf plus. Jawoll. Nochmal auf die Sechsten. Scheiße. Zwei Schaden. Auf fünf. Langsam. Wie langsam. Wie langsam. Wie langsam. Wie langsam. Schießen auf den. Trade and Clean One. Das ist der Chef. Auf die. Vier plus. Und auf die Fünf plus. Nix. Keiner. Und dasselbe bei denen. Da sind's drei. Ja. Kannst du eins wiederholen. Ne. Scheiße war ein Ebene eins. Na ja. Zu spät. Auf die. Auf die. Drei ne. Ja. Drei Stück. Nix. Fünfer. Jawoll. Zwei. Einmal die Drei. 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 Jawoll. Maximum. Fünfer. Sechser. Zwei Stück. Geht auf drei. Ey der hat die haben den. Nein. Die Charge. Ja. Sieben. Was hast du? Sieben. Ja. Sieben. Sieht schön. Die sieben sind sieben. Ich bin nur da rausgeschoben. Ja. Schieben. Dann stellen wir die. Weiter chargen. Ja. Weißt du hier? Erst Doto. Ja. Sieben. Er braucht ne fünf. Stell. Er da rein. Vier. Können wir das wiederholen? Nee. Können wir aber wollen wir nicht. Die hier. Da und da. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Sechs. Für irgendwas reicht's. Ja. Eher für da. Da brauchen wir sieben. So. Sechs reicht's? Weißt nicht. Da war. Ich weiß gar nicht was wir machen. Wahnsinn. Stell dir noch nicht in Base-Kontakt. Dann kommen wir noch drei. Wow wow wow. Aber probier jetzt keinen neuen. Come on. Ich möchte das mal Seele machen. Acht. Acht. Ich stürze doch nicht. Könnt der nicht plus ein paar Leute machen? Nein. Er hier. Ja. Doppel eins wäre cool. Nee. Das reicht eh. Ja. War ja nur 13. Sieben. Mhm. Noch jemand? Mhm. Stell den erstmal. Kann der hier durch? Ja. Ja. Wenn die Base passt, kann er immer durch. Super. Nein. So dass er an dem Punkt dran steht. So. Hier ne. Und dann kann er. Nee. Der soll nicht da unten. Der soll nur da oben die. Er hier. Da hinten rein. Drei. Das reicht nicht. Scheiße. Ui. Jetzt wird mal ein richtiger Ansturm der Bäumchen. Die Ents ziehen in den Krieg. Das ist der letzte Marsch. Hallo Baumart. Der Ents. Oh nein. Stampfen. Vent. Jetzt nicht mehr. Nein. Stampfen. Die anderen. Vent. Das ist eine 3. Der lag auf der Base. Gut. Dann dürft ihr in den Nachkampfhaus jemanden auswählen. Ja. Wollen wir den Dootoo hier? Okay. Ne, ne, ne. Warte mal. Du kriegst ja bloß. Die drei süßige Attacken. Da. Die drei süßige Attacken. Zwei. Auf die drei. Dootoo. Sechster Reaver. Oh. Einser auch. Drei Stück. Und nochmal. 18 bis jetzt. Ich darf den wiederholen. Ja. Zwei Stück. Rent minus zwei. Durch. 18. 18 Schaden. Fluss. Einer kippe. Einer weg. Zwei weg. Und ein Leben. Einer hat noch zwei Leben. Dann hat der Einer. Sind zwei weg. Und einer hat noch ein Leben. Duotoo. Die letzte Attacke. Wiederholen. Ja. Nicht wiederholen. Auf die zwei. Ja. Minus zwei. Einschaden. Die letzte Attacke. Okay. Okay. Noch was? Nein. Das war Dootoo. Deep Light Kings attackieren. Warte ich zeig's mal kurz. Die zwei Dootos. Die zwei. Die Konrad Handlers. Malu filmt übrigens jetzt. Malu stimmt. Äh. Die Blei Kings die auf den Dootoo hinzufragen. Auf die drei. Uh. Darf ich eins wiederholen? Ne. Okay. Und nochmal. Auf die drei. Zwei. Zwei Stück. Zwei. Vierer. Anson. Wiederholen. Zwei. Und die anderen Leute. Auf die Konrad Hunter. Mann. Eine. Sechs. Sechs. Eins. Zwei. 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 Die sind raus. Das sind noch zwei. Die sechsten müssen wir auch wiederholen. Alter, da ist noch eine Eins vor dir direkt. Ja, da ist noch eine Eins. Ui. Und die sechsten auch wiederholen. Ja. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Ui. So, fünfen geben extra Attacke. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fünf. Fünf. Mh. Nummer drei. So. Und auch die vier? Vier alles wiederholen. Hatte ich noch die Tübe oder habt ihr die rausgelegt? Neh die auch noch rein. Eine rein damit. Alles wiederholen? Ja, ja. Das brauchen wir auch. Die ganze Zeit braucht die ja schon. Soll ich da Sarkasmus raus machen? Okay. Lieber Himmel. Ui. Chef. Junge, jetzt knallt's. Jo, jetzt knallt's richtig. Knallt. Robby, wie viel sind's? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 5, äh 17. Zieh einen 1. Zieh einen 1. Den hat er auch 16. Nein. 6, 8, 10, 13, 16. 16. Okay. 16 auf die vier. Also jetzt knallt's, ne? Und noch was fünfen. Drei Stück? Vier. Geht einer? Zwei. Noch. Ja. Die Black Drones attackieren. Einer geht hier auf die Corona Thunder. Die anderen drehen. Die machen wir jetzt erstmal komplett. Auf den Dootu. Ja. Da gibt's ja kein Minus ein Hit, ne? Auf den Corona Thunder. Vier Plus. Drei Plus. Zwei Stück. Zwei Stück. Auf den Corona Thunder. Ähm. Vier und eins wiederholen. Okay, weiter durch. Okay. Dann die Pro- Dann die Pro-Post-Kill. Dann die Pro-Post-Kill. Dann die Pro-Post-Kill. Dann der Tod. Jo. Drei Plus. Ist das auch noch die Korrekte? Jo. Vier Plus. Drei Stück. Kein Red. Einer. Jetzt war einer gesetzt, ja. Ein. Und jetzt kommen die Stings. Drei Schaden. Vier Plus. Komm, die müssen wir sitzen. Ach, schade. Drei Plus. Eine mit Red Minus eins. Scheiße. Safe. Stark. Das war wichtig. Die Schwerter. Vier Plus. Ich bin anders. Drei Plus. Eine. Eine. Eine aufs Lotto. Oh, der ist auf die Vier Plus. Eine noch. Muss ich drauf achten. Jep. Safe. Dann die Pro-Post-Kill. Vier Plus. Jetzt dann. Wie heißen die genau? Pro-Post-Kill. Vorname. Willi. Hast du einen abgezogen? Nee. Ja, hab ich einen abgezogen. Drei Stück. Kein Red. Nee. Eine noch. Hilfe. Eine nur. Kein Red. Du war hart hier mit dem Spiel. Du bist durch. Ein Schaden. Jo. Nein. Darf ich da den Schaden drauflegen mit dem Düssel? Ja. Fünf Plus. Müssen wir draufziehen. Drei. Drei Plus. Zwei. Red Minus eins. Vierer. Beide wiederholen. Beide wiederholen. Ach stimmt. Einer. Zwei. Ja. 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 Die Connel Hunter hauen zu. Auf die Blythe Kings. Jawoll. Der Rote ist der Chef. Mhm. Einen Treffer werfen. Auf was? Einer trifft. Einer trifft. Der Kraler Climod attackiert mit seinem Flay seine vier Attacken auf die Vieren. Und da er nur noch drei Lebenspunkte hat auf die Vieren. Eine. Mit Red Minus eins. Dann ist es ein Fünfer. Sechs. Ne. Sechs. Warum? Ja. Und noch die Bälle hinterher auf die Fünfen. Und auf die Dreien. Zwei Stück mit Red Minus eins. Fünfer. Einer. Einen Sie wiederholen. Danke. Und die Neuerlinge auf die Sechsen. Und auf die Fünfen. Ne. Ist das nur ein Schaden gewesen? Bei den Neuerlinge. Und nur gleich eine mehr. Ist das nur ein Schaden gewesen eben? Ja. Ok dann ist alles klar. Bei jeder. Gut. Die hier. Auf die da. Rot ist Fett. Alle? Äh. Rot ist Fett. Ja stimmt. Und auf die drei. Und alle wiederholen. Dann lösen wir gleich den Schaden aus. Hätten Minus zwei habt ihr keinen Sech? Nein. Habt ihr nicht? Geht weiter. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Lieber 100. Lieber Himmel. Wieso? Drei. Sechs. Acht. Eins. Geht einer. Geht zwei. Und der hat noch zwei Leben. Hätte ich nicht so gemacht. Die Standarte würde ich bestimmt nicht wegnehmen. Ne. Die werden ganz rechts weg. Ups. In der Tat. Und der Standarte kriegt auch nicht die zwei Leben, sondern der. Die. Die Blightlords attackieren die Triaden. Mit dem Blight Weapon Minus ein Hit. Ups. Dann auf die Vieren. Und auf die Dreien sind drei Stück. Kein Rend. Ähm. Vier. Ne. Den Toskinen haben wir noch einmal. Zwei tot. Dann der Toskinen auf die Fünf. Die Maufpasse haben wir vorhin zu wenig gemacht. Ja. Die Maufpasse auf die Vieren. Zwei. Und auf die Dreien zwei Stück. Hab dich doch vorhin gefragt. Rend. Press. Ne. Bälle durch. Jupp. Und nochmal das Ding. Auf die Vieren. Äh Fünften. Ne. Das wäre so. Jupp. Der Kornhunter greift die Black Kings an. Ist der Chef. Auf die Zwei. Jupp. Auf die Drei. Und Weapon. Vier Stück. Minus. Äh. Eins. Dunken. Acht Schaden. Acht Schaden. Ich bin immer gleich mal die Mutter. Die Black Kings attackieren. Einer attackiert die Triaden. Und die anderen vier attackieren die Kornhut Hunter. Okay. Vier Plus dann. Drei Plus. Zwei Stück mit Red Minus Eins. Ist das der auf die Triaden? Jawohl. Dann ist ein Fünfer. Einer. Und jetzt auf die Kornhut. Drei Plus. Neun. Fünf. Feuer. Okay. Das sind Vier. Acht. Und Zehn. Mit Red Minus Eins. Auf die Fünfen, Einsen wiederholen, Vieren darf ich nicht wiederholen. Erstmal Safe, Safe, Nicht-Safe. Die kannst du doch wiederholen, die Dreier. Stimmt, ich darf alles wiederholen. Auf Vieren nicht. Dann darf ich die Zwei und Einsen. Genau. Nochmal. Schlecht. Sonst 5 Schaden. Hat noch ein Leben. Hat noch ein Leben, jawoll. Spirit, zwei Attacken gehen auf den großen Trupp, wegen 3 Zoll. Eine geht rüber und die kleine Attacke damit, also die eine Attacke und die andere Waffe geht auch auf den kleinen Trupp. Große Trupp? Rüber. Jo. Kleiner Trupp? Ne. Beide. Beide, Minus 2. No. Zwölf, Zwischern. Drei. Zwei. Zwei. Und die eine kleine. Gibt's für eine Zufügung. Ja. Ein Schaden. Zwei. Ein Schaden, ja. Letzter Angriff. Die Triaden auf den Crate an Kimon. Sechster wiederholen. Sechster wiederholen. Sechster wiederholen. Sechster wiederholen. Warte. Das war eine Sechs. Mhm. Auch eine Extra-Attacke. Also fünf Extra-Attacke. So drei plus, die haben wir auch getroffen, ne? Wie viele extra? Die haben nur noch drei. Probier. Ja, hier sind drei. Passt dran. Was? Ja, danke. Kannst du die eins wiederholen? Nein, kannst du nichts mehr wiederholen. Natürlich, das ist eine Extra-Attacke. Ach du, doch eine Extra-Attacke. Ja. Ach, Löwe-Würfe. Scheiß-Würfe. Nimm einen von deinen, mach den weg. Ach, hast du. Ach, hast du. Vier plus. Alle drei jetzt. Das braucht ihr gar nicht. Da ist noch einer. Ja. Alle drei nicht. Eine sind's. Zwei. Vier. Sechs. Sieben. Das ist kein weiteres Ergebnis. Vier plus. Fünf plus. Hoffentlich machen wir mal eine sechste zu. Ja, eine. Reicht nicht. Sechste Retter. Oh, komm, den würfelst du jetzt. Ich hab noch Bock mehr. Und Battleshock. Battleshock. Hier müssen wir schnell. Schade. Nein. Die Träger an. Zwei, vier verloren. Machen wir kurz die Blood Kings noch schnell. Wollen wir einen Command Ranger ausgeben? Wir haben noch zwei. Einen haben wir. Vier verloren. Achso, für den Stings. Willst du einen ausgeben? Ja. Wollen wir mit dem sechsten Flieger in Töne zählen? Ja, dann lass. Maggib aus. Sicher. Wollen wir zwei Ataffen machen zusätzlich. Ja, lass das. Scheiß auf. Ne, geht nicht mehr. Warum? Weil wir keinen. Achso. Komm, geben wir aus, dass sie nicht machen müssen. Ja. Gut. Die müssen keinen machen. Wir. Die müssen keinen. Die haben eine Zehn. Gut. Hattest du noch nicht noch irgendwas gesagt innerhalb von Dur2? Äh, Zehn. Acht Zoll, glaube aber du kriegst auch minus zwei, ne? Achso. So, hier hat noch Bellstock. Alles, was über zwei ist, läuft weg. Eins. Nichts. Sehr gut. Hier ist Anne gestorben. Sie kriegen minus eins. Mhm. Dann sind sie bei acht. Minus zwei. Minus zwei. Wie viel Zoll sind das von ihm? Äh, zehn. Hab schon gemessen. So. Okay. Also bei der Sechse ist er weg. Eins. Oh nein. Dann kam Schockwürfel. Gut. Noch was? Ne, ne? Bei denen? Ne, da ist nur einer. Ja? Ne, dann nicht. Was haben die sieben? Sieben. Und zusammengerechnet, ähm, hier gibt's wieder drei Punkte für die beiden. Hierfür gibt's zwei. Und hierfür. Also wieder sechs Stück für Silbernet. Sind sie bei zwölf. Und wir kommen in Zug zwei. Zweite Runde. Okay. Da war die Speicherkarte leider voll. Der Hortiklus hat noch dazu gesorgt, dass Archeon sich noch um eins hält. Jetzt machen wir auch das Gebet hinterher. Auf die drei plus. Jawohl. Auf Archeon. Und... Kommen wir mit zu Zaubern, ne? Ich will nicht gerade. Kommentarbild hast du gesagt. Ja, Kommentarbild. Dies machen wir alle wieder an. Müsst ihr dann hier was speziell auswählen? Oder ist das... Ja, der Lord of Blights hat Archeon ausgesucht. Ja. Haben wir... Haben wir... Haben wir keinen... Sieht an der Hand durch. Doch, wir haben noch einen. Ne, wir haben keinen mehr. Wir haben einen aus. Stund. So, ich mach Sorgenschauer mal. Mach du Sorgenschauer, ja. Ja, jetzt haben wir jetzt sieben. Fünf. Ne. Mach du mal Sturzflut. Sturzflut ist von ihm, ne? Ja. Acht. Acht. Wollt ihr banden? Hm... Die hier? Komm, banden wir nicht. Die hier? Ja. Reisezahl? Ja, locker. Okay, dann macht ihr das. Zieben. Oh. Oh. Drei, sechs. Sieben Wöffel auf die vier Plus. Wie bitte? Komm jetzt sie Wöffel. Ja. Vertraut den Stormcast-Würfeln. Drei Einheiten mit W, drei Tödliche, die ihr sehen. Die Burnwave. Hm? Was ist das? Also wir dürfen jetzt drei Einheiten auswählen. Auf die sechs oder auf die füße? Auf die vier ist das. Achso. Drei Einheiten auswählen, die wir sehen können, die gegen die drei Tödliche. Hau raus. Brenwave. Die hier? Ja. Mit der fange ich an? Ja. Beide Du-Tours. Ohne Scheiß jetzt. Der noch und? Der andere auch. Der. Okay. Also erst die Brenwave. Also man muss ihn sehen. Ich sehe ihn hier vorne. Die Brenwave kriegt D3. Zwei. Der Dur zu der da. Drei. Und der Dur zu da. Einer. Shit. Macht nichts. Egal, der ist runter. Der da ist zwar wichtig, dass der runter geht. Das ist der Schlimmere. Der ist auf sieben. Auf sieben, ne? Ja. Sieben Schaden, ja. Sieben Schaden hat der. Weiter geht's. Scheibe drehen. Klotkin. Neun. Müssen wir das Band. Bann nehmen. Mit äh. Ja. Dreizehn. Jo. Gut. Dann haben wir noch zwei Bannwürfel mit aller Rehen. Machen wir noch Klingen. Machen wir noch Klingen. Oder Mystic Schild. Was findest du besser? Das klingt ja voll. Hat Zauberwert? Ich glaub sechs. Neun. Was macht das? Auf jeder Sechs-Hit macht der Zwölzig eine Tödliche. Ja. Wer hat das gezaubert? Das war aber ne neun. Und? Müssen wir das wegkriegen? Weiß ich nicht. Ne, ja dann will er mal. Was habt ihr noch für Zauber? Ähm. Und geliebte Pestball. Okay. Dann wollen wir das mit ihm Bannen. Was kann die Pestball? Das macht... D3 Tödliche, Minus ein Hit, Minus ein Cast, Minus ein Band. Das muss weg auf jeden Fall. Das heißt, er Bann jetzt... Wir hast noch zwei. Die haben noch zwei Zauber. Ja, aber wir haben aber... Da kommen aber zwei Schadenszauber auf den Spirit. Ja, also mit dem habt ihr jetzt drei. Ja, okay. Okay. Dann er Bann. Ja. Die Zehn brauchen wir, ne? Ja. Soll ich? Das wird nix. Kippe? Egal was du machst. Ist egal. Okay. Ach stimmt. Arkales Geschoss. Ne? Wer macht den? Der kann doch nur hier. Hat das nicht gebannt? Mhm. Könnte doch andere jetzt auch. Nein, dann brauchen wir da. Sechs. Ja, gut. Das ist gebannt. Sieben Grad so geschafft. Und geliebte Pestball. Neun. Aber das wird schon schwerer. Zehn. Stark. 13. Nein, nein, nein. Das wusste ich selber nicht mal mehr. Auf den Fünftfluss wird er weiter weg. Ähm, genau. Ich kann sagen. Also, äh, äh. Ne. Dreimal jetzt, oder was? Ne, nein, nein. Ja. Im nächsten Spiel. Okay, das hat nicht geklappt. Jetzt brauchen wir einen Doppelturm. Wir sind hier gerannt mit den Blight Kings. Rottico ist nach vorne, damit wir das Missionsziel kriegen. Der Warschrein nach vorne, damit wir das Missionsziel kriegen. Die Schnecke ist gerannt. Die Schnecke ist gerannt. Die Schnecke? Ja. Da hinten sind die Nörglings gespawnt. Warte. Die Blight Drones sind geflohen. Der Harbringer ist nach vorne gerannt, damit wieder die Aura in 7 Zoll. Lord of Vision Vollgas nach vorne. Archer möchte jetzt den Duto töten. Das ist unsere Taktik. Glottgen nach vorne. Und dann kommen wir jetzt zum Ferngampf. Und der Glottgen schießt auf die Triaden. Auf die 4. Auf die 4. Nein, schade. Das Katapult richtet sich aus. Und ballert auf Dutu. Auf die 3. Auf die 3. Jawoll. Also auch mit minus 1 Hit hatten wir getroffen. Ja. Mit minus 2. Ja. Fünfer. Sech. Stark. Das ist unfassbar. Lauter Flights auf den Colonel Hunter. Auf die 3. Auf die 4. Auf die 3. 2. Mit Ansage. Mit Ansage. Charge Face. Der da. Den da. Akea Uncharged. 7. Wollte ich es nicht wiederholen? Mhm. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Oh oh. Lauter Reflection Charged. Wo ist denn der? Da. Ah ja. Da hinten. Glotti. Hier in die Triaden. Da übers Haus drüber. Eine 6 hatten wir schon. Chaos Warrior in den Spirit. Ja. Neun haben die sogar genommen. Ne. Wir würfeln erstmal ob der Minus ein Hit. Wer nimmt? Akea? Ja klar. Nein. Chaos Warriors. 2 plus. 2 plus. Der haut jetzt natürlich auf den Ancient. Erblicke. 2 plus. 2 plus. Meine ich doch. Spirit. Sehr gut. Auf tief. 3 plus. Alles wiederholen. Tschüss. Könnt ihr aufhören. 2 Sechsen sofort tot. Und den Sechsen. Sorry. Nein. Zuerst die 3 auf die Blood King. Jawoll. Muss ich 6 noch wiederholen? Nein. Beim Hit? Nein. Ähm. Ja. Die gehen raus. Das ist ja nur auf die 4. Und hier darf ich auch noch alles wiederholen. Kippe. 3 Stück. Keine zusätzlichen Attacken. 4 oder safe? Doch waren zusätzliche Attacken. Es waren 2 Sechsen glaube ich. Und 5 Bretter. Alles zählt bis jetzt? Mach doch die 2 zusätzlichen Attacken. 1. 4. 5. 5. 5. Ok. Die Nächsten. Wohin damit? Das ist echt, dass mir einer runterfällt, oder? Ne, wir können auch woanders rüffeln. Ach. Das ist die Leichnung. So. Das sind auch die 3 an. 3 1 sind die ich wiederhole. Da ist eine 6 dabei. Ähm. Ja. Die lege ich da hin. Und dann sind es noch 4 extra Attacken. Das sind die zum wiederholen. Und auch die 4 zum runter. Jesus. Dein Ernst? Und nochmal 5 zum wiederholen. Stark. 12 Stück. Auch die 4. 5. 5. 3. 2. Auf die 3 an. 4 plus. 3 plus. 4 Stück. 7 mit Red Minus 1. 1 A. We won. Ahja. Danke. Auf den Körner, Tante. 10. 5. 6. 10. 3 plus. 3, 5, 10, 12 mit Red Minus 1. Ja, ist durch. Blythelords attackieren die Triaden. 4 plus. Eins im Weeball. Wirklich? Ja. Habe ich gerade ausgedacht, weil es so gut geschafft hat. Ne, weil der Reflexion in der Ehe steht. 3 plus. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Elfen. Ohne Wendt. Vierer. Eins wiederholen. Drei weg. Drei. Toskyn. Auf die Fünfen. Auf die Dreien. Jawohl. Sechster. Steht. Jedes Mal das nicht gewissen. Vier plus. Drei Stück. Drei plus. Einer. Rennt. Nichts. Toskyn. black. Er ist ein Zerbüro und zwei Stück. Drei plus. Drei plus. Blöck, minus eins. Fünfer. Eine. Ende. Hier gibt es wieder sechs Punkte. Da wird gehalten, da wird gehalten, da wird gehalten und natürlich der da hinten. Sagt mal, dass ihr euren Command Point ausgegeben habt. Genau, da haben wir ein Command Point ausgegeben, dass die Typen hier stehen bleiben, die Triaden und es steht 12 zu 12. Die haben auch sechs Punkte. Oh, stark. Double Turn. Das wäre die sechs gewesen. Die hätte ich vorher nicht aufreißen. Die Blight Kings heilen D3. Eine. Die Drohnen heilen D3. Eine. Das läuft gut. Nehmen wir einen anderen Würfel. Der Walschrein D3. Drei ist voll. Die Blight Lords. Drei. Wieder auf sechs. Und der Blight King ist voll. Und das haben wir einen. Und Acheon, auch der wichtigste Mann von uns. Zwei. Drei auf 17. Dann würfeln wir gleich hier, was er... Horticulus, halt noch die letzte Drohne. Hier würfeln wir Acheon, welche ihr wiederholen könnt oder müsst. Oh, die fünf. Sehr gut. So, Infektionspunkte müssen wir erstmal zählen. Die Blight Kings auf D6 teilen die sich selber. Nein. Dann haben wir als nächstes... Im 6 Zoll auf D4 Plus kriegt er die drei Tödliche. Wo war es? Ja. D3. Zwei. Auf D4 Plus kriegen die D3 Tödliche. Ne. Bei wem Zoll war das? Das war auf dem. Jetzt war auf dem der Test. Jetzt machen wir weiter. Die Blight Lords heilen sich auf die 6. Das ist ja cool, dann werden sie voll. Ne. Machen auf die 6 Schaden auf den Triaden. Ne. Der Blight Lord. Auf die 6 macht er Schaden auf dem... Auf die 6 macht er Schaden auf den Fliegen. Ne. Auf 6 heilt er sie. Ne. Auf die 3 Plus probieren wir das Gebet. Ne. Ja, du musst doch mal probieren von ihm auf die 6 Plus ob die Schaden bringen. Ja, genau. Mein anderer. Ne. Die machen auf die 6 Plus. Heilen die? Heilen die die? Ne. Schaden. Schaden. Rennt. Ne. Ne. Schaffen wir doch mal einen. Ne, ist zu weiß. Archaon macht wieder seine Command Ability an. Minus ein Hit im Fernkampf auf Archaon. Auf die 3 Plus probieren wir das Gebet. Jo, sehr gut. Wieder auf Archaon. Ja. Auf Archaon. Harbringer macht seine Bubble rundherum. Ja. Der Affliction macht den Blues auf der extra Move auf dies, aber egal. Und seine Command Ability, wenn die mehr extra leben, äh, auch mit dem, äh, Attacken auch die Bubble. Entschuldigung. Jo, dann würfeln wir kurz das Endless Bell. Den Twilord auf die 5 Plus. Ne. Dotho auf die 5 Plus. Ne. Den großen Triadenblock. Ne. Dreacher. Ne. Die 3 Conrad Hunters. Ne. Ich würfel richtig gut. Brand Wave. Ne. Keiner hat den. Schade. Aber das ist auch in ihrem Zug. Müssen wir nochmal testen, ne? Jo. Ja. Okay. Das ist ja nicht so schön. Dann haben wir noch... Was haben wir denn noch? Jetzt kommen wir zum Zaubern. Rosikos bringt da mit dem Arcane Bolt. 6. Dann fangen wir mit... hier hier. Ja. Mit, äh... der da. Ja. Durch. Einschlafen. Die eine natürliche. Ja. Ja. Hat er noch 2 Leben. Ja. Weiter. Mystic Schild. Ne. Was? Machen wir weiter. Mystic Schild. Klotkin. Warte mal. Oder wollen wir Klingen der Feuilis auf die machen? Lass das machen. Los. Ja. Klingen der Feuilis. Klingen der Feuilis von Klotkin. Ja. 10. Auf jeder Hitboah von 6 machen die eine natürliche. Unser Kriegsherr band. Heiß. Ist gebannt. Doch ist gebannt. Alariel hat gebannt. Nein. Kriegsherr wollte banden. Hat er es nicht geschafft. Achso. Weiter. Ja klar. So. Klingen der Dingspunkt. Ging auf Archeon. Ja. Weiter geht's. Archeon. Noch ein Zauber. Wie hast du? 11. Das ist das mit Minus ein Hit und Minus ein Cast. Alariel. Ja. 7. Ist durch. D3 tödliche. Wie wollen wir das geben? Minus ein Hit und Minus ein Cast. Können wir auch ihr geben. D3 tödliche. D3 tödliche. D3 tödliche. Und Minus ein Hit und Minus ein Cast. So. Nächstes. Machen wir mal solchen Show. Jo. Das muss durchgehen. Das wäre so. 7. Geht durch. Könnt ihr bannen? Wer bannt es? Ne. Das ist egal. Dann Tücher. Tücher. Durch. Ey. 1,6 bitte jetzt. Come on. Bitte. Bitte. 7 Würfel. 1,6 ist dabei. Wer kriegt sie? Keiner. Der ist Beschwörer. Der muss weg. Ja. D3. 2. Sturzflut. Von Rottigus. 9. Funktioniert. Alariel. Reicht? Reicht. Das ist echt heftig. Plus 3. Ja. Sehr stark. Wir haben eingebannt jetzt. Wir haben eingebannt. So. Dann haben wir noch. 2 Zauber. 2 Zauber. Scheibe drehen. Scheibe drehen und? Mach erstmal Scheibe drehen. Mit Arcao. Ja. Mach mit Arcao. Achtung. Halt. Halt. Alariel. Warum? Wir wollen Scheibe drehen und bannen. Das ist Scheibe drehen. Das ist Scheibe drehen. Gebannt. Ihr seid stark. Mh. Klotkin. Letzter Zauber. Mystic Schild. 7. Gebannt. Von der Toten. Das ist der Bannkönig. Boah. Okay. Das war gar nicht so schlecht. Lotti. 4 Plus. Auf die Triaden. Vorsicht. Nö. Achso. Bewegungsphase haben wir natürlich auch beendet hier. Übrigens. Die sind gelaufen. Die sind gelaufen. Einfach alles nach vorne. Ganz normal. Also ihr seht's ja hier. Nur hier hinten ist gerannt. Und die stehen im Bäumchen. Deswegen können die chargen. Ja. Und das war auch schon der erste Beschuss. Und jetzt kommt Marcels Lieblings. Ja. Weit los. Wir machen erst die Drohnen. Achso. Die Drohnen. Ja. Die haben... 4 Tackle. Auf die 4. Auf die 3. Die schießen auch durch. Einen schlechter, ne? Ja. Dann auf die 5. Nichts. Nichts. Eine. Hand. Ne. Safe. Gut. Ich schaffe den. So, jetzt ist Katapult jetzt. Komm. Auf wen? Ja, das musst du sagen. Auf die Triaden hab ich auch ein schlechter. Nee, ne? Doch. Das Katapult auf die Triaden in der Mitte. Mhm. Mhm. Wirklich auf die Triaden. Ja, ja. 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 Juhu. Red-minus 2. Sechser. Eins und wiederholen. 2d6. 5. Shit. Create a team on charge. Nee, rotigus. Rotigus charge. Zwei. Das war scheiße. Die Schnecke probiert zu schaden. Ja, wir müssen uns ein bisschen beruhigt. Sie. Schaffste. Uh, da passt du nicht durch. Was bitte. Geht's ja. Hui. Lass mal kurz was Ruhm übernehmen. Als nächstes. Ja. Woll ich mal mal probieren? Ja. Mach du. Ich kann Bock nach chargen. Ja. Sechs. Sechs. Sechs so. Die Drohnen attackieren. Äh, chargen. Fünf. Das schaffen sie. Gut gemacht, Marcel. Yippie. Komm, nimm mal zwei Blackieser und mach mal die Glottken. Ja? Du machst das jetzt? Nee. Machen wir erstmal lauter Flickchen, ne? Vacation. Mach Glottken als erstes, bitte. Gut, Glottken. Die Glottken. Nee, reicht nicht. Fünf. E plus ein, ne? Jep. Ja, die sind eten. Das war auch sicher für Marcel. Sicher, aber wo? Für Snake Eye Marcel. Snake Eye. Stormcast Würfel. Worschein. Jep. Sechs. Dann kannst du ihn jetzt ruhig von der Seite stellen. Send you. Hier hatten wir ein bisschen Angst, deswegen haben wir nicht gecharged und bleiben stehen. Der Harbringer, Josh, als nächstes. Ne, lauter Flickchen als erstes. Lauter Flickchen. Lauter Flickchen. Lauter Flickchen. Load of Blights hinterher. Eine Acht. Jetzt alles Entscheidende hier. Mach mal mit dem so das Archeon Charge Roll. viel spaß so stehen dann wo du möchtest hier wird natürlich angefangen auf den spirit 4 attacken 2 plus darf ich nicht wiederholen fade und holz wiederholen beide kommen eine 6 brauchen wir noch zwei stück mit mit minus 1 dann haben wir hier zwei attacken 2 plus 3 plus mit minus 1 2d6 8 4 plus 2 tödliche schon mal und vier attacken drei plus drei stück wiederholen eine wiederholen die andere war drin vier stück mit keinem mit ohne mit ohne dreier einsatz wiederholen safe einsatz wiederholen warum ist danach habt ihr mal geguckt dann geht einer durch zwei schaden insgesamt jetzt zwei tödliche erfasst vier bloß und drei plus wir aktivieren den spirit hier da geht alles auf die drohnen die drei extra auf die drei und auf die drei alles wiederholen drei stück drei hat er doch getroffen wir haben jetzt noch mal ganz schnell nachgeguckt auch die vier jetzt nein gut darf ich wiederholen 2 durch einschauen durch kein sechster mehr aber sie verbleibenden wundcharacteristiken also höher runter blightkings auf die hunter hier 2d6 7 auf die drei 1 2 3 4 das wäre mal ein geiler hitwurf gewesen 6 7 8 6 7 8 8 1 4 schaden wir aktivieren den körnet hunter hier und er haut auf die jungs drei attacken auf die 2 3 ja für alle 3 auf den schalke kurzen 2 3 minus 2 6 durch 3 4 4 5 5 dann geht der und der schärfe hat noch 3 die blightkings 4 plus attackieren die sylvanet ne wirklich ja also das hat ja richtig schön geschöpft 3 6er also ist egal 7 7 7 7 7 auf die 3 4 kein rent doch wenn wir sein 5 5 aber jetzt haben wir nur noch 1 schlechter oh mein gott einer weg sylvanet team team habichtswald hat die bäumchen ausgewählt auf die blightlords keine doch eine 1 2 1 da ist noch eine stimmt also mit zusätzlichen attacken ja jetzt muss ich irgendwas wiederholen von euch aus ne die zeiten sind vorbei dann ist es eine zusätzliche ja und auf die 4 hier hole ich alles 5 6 6 blightlords 4 plus 5 plus das war's 6 plus stimmt 1 ja das und ihr lacht darüber dass wir eine zusätzliche attacke kriegen ja machen wir ihr habt 10 saves das noch farbringer 1 wiederholen mhm 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 alles wiederholen wow bamm 4 4 4 4 4 plus und 5 plus 2 2 schaden 2 schaden auf die vikings ne auf den äh kippen auf wen wiederholen auf wen war das gerade? ne gar nicht nicht wiederholen das war auf den halfbringer und jetzt? blood kings mhm alles wiederholen 1 1 1 save mal nicht save 2 schaden 2 schaden ja das war's die base ihr seid ihr seid dann gehts mit dem kurdhauter nach weiter haut gleich zu auf die 2 1 wiederholen wieso? gegen chaos alle und alles wiederholen das ist die sind alle n-1 achso wir haben recht gesagt auf den 6 schaden auf die warriors ja auf die warriors ne jetzt wollen wir doch lieber im bright kick ja also wenn wirklich die warriors gewonnen das weiß ich die warrior und zurück genau der chef sind die stormgaswürfel der auf die 2 dann auf die 3 und dann auf die 4 und dann auf die 4 keine kein red nix ey wir brauchen mal am fluss ein boot wir können uns auch so viel bringen es bringt so viel der spirit auf ihn natürlich D3 extra attacken 2 2 aber 5 mal auf die 3 1 wiederholen natürlich keine 1 und keine 5 nur 4 oder? und alles wiederholen das sind ja 2 einmal red minus 4 einmal red minus 4 der eine ist durch dann und 2 mit red minus 2 da haben wir einen 5er eine tödliche für euch ok kriegst du die am ende oder kriegst du die direkt? ja guck mal gleich mal nach das ist wichtig das ist jetzt wichtig mach erstmal die D3 ne das ist jetzt wichtig das wäre erstmal die D6 und wenn du jetzt die Tödliche direkt kriegst also die nach der attackener Folge von dir na gut dann sind die D6 jo 5 mach mit 3 nehmen immer noch die D6 Schaden 5 5 wenn er 9 ja erst bei 10 plus 5 5 Schaden jo mach mal auf 12 aber wir haben noch einen Retter ne wir mal einen Retter erstmal aber nur wir haben keinen also raus dann war es nur gegen Tödliche ok so die Talents mit einer Attacke auf die 3 trifft auf die 4 nein alles wiederholen ja äh renten jetzt 2 safe die Schnecke die Schnecke Streckchen gleich ran 4 Attacken auf die 4 auf die 3 auf die 3 renten jetzt 1 4 nein 1 sind das 6 Zahn ja ja 8 nein geht durch D3 kommt 2 Lehmanns weg jawohl Kakao Adios Baum Feld 4 so hier gut ruhen oder zu auf die 3 auf die 2 3 stück rent 3 stück rent 1 2 schaden nächste Attacke der ist doch schon tot oder er hat noch 2 Leben achso D3 Attacken 3 auf die 2 auf die 4 kein schade schade weiter gehts weiter gehts die Drohne auch auf den Kulot Hunter das Schwert auf die 4 auf die 3 ja kein rent schade hat den Laufpalz auf alles wiederholen durch einen Schaden einen Schaden auf die 4 auf die 3 Entschuldigung auf jetzt auf die 4 2 kein rent und tschüss und der letzte Attacke das Ding auf die 4 auf die 3 auf die 3 auf die 3 die 3 einmal die 3 Harbringer haben wir schon auf die 3 genau auf die 4 auf die 3 2 Rentner 6 6 mal die 3 hätte ich auch gar nicht mehr holen dürfen 3 3 und D6 plus 1 6 5 plus 4 plus 1 1 Rentner ne kann ich die Gang wieder holen ist durch dann geht 3 äh 4 insgesamt die Drohnen auf die 3 an genau auf die 4 und auf die 3 2 End ne sagen wir schon 1 safe eine weg Tosken auf die 5 Schade Mausparts genau auf die 4 1 und lieber auf die 3 auf die 3 das sind die Stinks einer einschauen auf die Stinks auf die 5 1 und lieber los jetzt auf die 3 ja wenn wir das 1 D3 jetzt aber eine die sind immer noch nicht weg die scheiße ja die rennen doch jetzt die laufen doch jetzt alle naja gut das war es jetzt laufen und dann gucken wir mal wie sieht es aus hier mit Brevary was soll ich machen oder die kriegen minus 2 ja die laufen alle die auch die auch wir gucken mal ganz kurz die Chaos Warriors 2 laufen nicht weg Triaden ja die sind auch 2 4 6 8 los tschau sind weg dann müsst ihr bei denen auch noch machen hm 2 4 6 8 wo ist der Boss schön hoch Robert bitte 2 3 laufen weg oder ne warte warte mal 7 4 laufen weg wieso 3 wir haben Brevary von 6 achso ok 8 sind schon also noch mal 4 ne ne der Aptich hat aber auch Plus kriegt noch mal Plus weil ihr noch mehr als 10 habt dann laufen 3 weg ja da haben wir letzter Battleshock Test die Drohne damit und dann bekommen wir auch wieder 1 2 3 4 5 6 Punkte und es steht 18 zu 12 für Team Nörgle boah da kommen wir immer in den zweiten Zug der dritten Runde 3 los hier geht los a la rielle hinten den Spirit 1 das war das war gut naja gut das ist immerhin auf den 3 scheißegal ich bin wieder er hat er noch dann er auf ihn ne geht nicht geht nicht alles weg ok alles andere ist schon ansonsten ist alles voll dann dann wir hier würfeln wegen der Palisade Common Point gibt ihr aus Ancient ja alles klar alles klar Palisade testen jawoll machen wir mal willst du Manu? weil ich jetzt vermessen so gut soll ich mal? ja mach du mal gut dann teste ich als erstes von oben einmal so einen Kreisel runter die Kohlenath Hunter nein dann der Treelord ja äh die Triaden ja und Trüscher kippe ja oh stark krassel das waren alle oder? ist die Horticulus innerhalb von 6 Zoll? ja die Triaden haben minus 2 ne ne das steckt nicht ach so steckt nicht die ist nicht drin? doch ne? doch ist drin Horticulus ne ok noch was in der Heldenphase? ne die haben minus 1 Hit machen wir jetzt auf die 5 Plus kriegt die noch minus 1 Hit jo das ist auch minus 1 Hit gut gewürfelt so regrowth regrowth nachwachsen nach wird gebannt Alkaion niemals ooooh scheiße stark gib mir mal ne Ghetto-Faust yeah Briggs Silverswords mit Alariel 7 ich brauche mit Klotzkin eh 10 ach schade dann stellen wir die innerhalb von und bewegen 10 Zoll und bewegen ihn jo alles klar dann hier warte mach erstmal den Würfel 10 oder 12 Würfel auf die 5 Plus hmmmm 12 oh weia auf die 5 Plus dann viel Spaß die Armee ist komplett gegen uns ach du kannst schon mal die Safe Würfel wir haben nämlich nen Retter gegen ja frittlichen moment bitte nicht zu gut ach der Schreck naja 5 gut 5 Sechwürfel 5 Retter 5 Plus 3 ne 2 3 3 3 nehmen weg bitte so 3 nehmen weg er hat den die Würfelkretin hin und Rubel hat ihn weggezaubert Metamorphose 5 ist das durch 6 jetzt habt ihr ich bahne mit Alkaion gebannt das war schlecht das war richtig wir müssen auch den weiter wecken für die Swords jo machen wir unter anderem auf die 5 ein Würfel achso beide durch es hat nicht geklappt es waren auch beide unter das stimmt er hat 2 Zorber durchgekriegt war egal oder wolltest du nochmal 1 entisten ne den gerade hab ich eben gerade den werden wir auch durchdicken ja okay Arkanes Geschoss ja 12 das sind sogar die 3 jo die 3 Tügelchen 3 3 3 auf die 5 keiner 3 Stück geht auf 5 nein 6 von 9 geht es auf 6 mit 3 auf die 5 plus wird das weiter weg ja kippe das ist doch nicht kippe natürlich ist das kippe ey nein der wäre da unten auch nicht anders hängen gefallen fairer Spieler auf gehts Drücher ist sie zornig oder nicht Würfel ein Würfel richtig zornig 2 2 dann ist sie Drücher-Wüten ist das gut für euch verdoppelst du die Anzahl der Attacken die sie mit ne ist nicht gut für euch Drücher macht ein Mystic Schild klappt nicht ähm was wollt ihr den extra Move von euren Beterien das ist auch in der eigenen Phase lass mich kurz noch ja lass mich kurz noch überlegen ob ich noch was mit ihm mache wir wollen Wald beschwören ja 7 ich versuch zu bannen gebannt ja ähm trotzdem erweckst du den Wald weil das war ja durchgegangen das war ja der Plan nein nein der Trücher-Engine macht Fernkampf auf Archaion 1-0 darf ich wiederholen zu Unglück und trifft Rant-1 so steht ok und du riechst ein tödlicher ja natürlich für dich am Archaion merken wir uns guckst du blöd ähm merken wir uns nicht ähm gibt es nicht bist du noch drauf drei Attacken von ihm ja auch auf ihn logischerweise auf was auf die 4 ne trifft nicht minus 1 rät auf ihn auf die 5 ok dann gar nicht durcherraste jetzt kommen Schmetterlinge aus nöcklinge eins wiederholen 1 2 auf die 5 plus wie viel Leben haben die oder 6 nein 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 wow wie viel Leben haben die 4 oder hat einfach noch einen ist egal ich leg mal den hin im Moment auf die den Typen da ja die Drohne eine warte oh hast du ihn gekriegt das gibt es doch nicht auf die 5 ne auf die 6 ne aber weg ok das ist hier mit gut ruhen ja klar gut ruhen gut ruhen 3 Achtung 3 3 3 5 oder 6 7 hier noch die sind auch drin sind es 18 wow die sind drin weiß ich nicht guck mal 2 wären das 2 nein ne rotikus rotikus er war drin aber nicht so viele lieber Himmel hast du einen Donner 5 5 2 3 also 3 kriegt er und warte auf die 6 warte ich muss mit der Kamera rüber 2 2 schauen hier eine Schnecke nicht so viele bitte Hubert hör auf das brennt jetzt das brennt jetzt Achtung Achtung 2 5 ich muss rum warte ein bisschen nicht so schnell werfen eingeschafft ja und 6 6 mein Leben der Schwein das Feuerwehrauto ey du warst zu fies hast die tödlichen Kunden weggehalten 4 4 4 wichtiges ist hier 4 sind durch der hier nee erstmal erstmal er hier der hat einen Retter oder nee kein Retter 6 nur 5 4 2 geschafft auf die 5 er hier er hat einen Retter der hat sein reflektisch der hat das euch du hast konstant hey hast du das mal habe ich nicht gehört 4 schon wieder wer ist das jetzt? 5er oh 5er vad Stehen. Drohnen. Harbringer hast du auch noch, ne? Ja. Eine. Also zwei Drohnen. Zweimal. Nicht so schnell zum dritten Mal. Ich muss da rum mit der Kamera. Sorry. Einer bis jetzt. Hast du auch in 5 Uhr noch gemacht vom Harbringer? Ja, einen habe ich schon. Einer geschafft. Sorry. Du hast in der Zeit, wo ich geschwenkt habe, zweimal gewürfelt? Ja. Und dann haut Zeit raus. Harbringer. Ey, du wirfst, bist du eigentlich des Wahnsinns? Drei nur. Das ist kein Zauber, gell? Fünfer? Drei? Ich hab nur noch drei Leben. Vier. So, die Typen. Lightings? Ja. Also jetzt seht ihr mal... Oh, keine. So. Und jetzt habe ich mich warm gemacht. Okay. Jetzt achtet mal darauf, was jetzt passiert. Zu wenig. Zwei. Zwei nur. Zwei nur. Zwei nur. Auf die fünf. Ne. Okay. Zwei Stück. Also noch vier. Jetzt habt ihr mal gesehen, was Trücher ausrasten kann. Mein Lieber Scholli. Krass. Körnet Hunter. Die hier mit dem Boden. Blau noch vier. Die anderen noch fünf. Genau. Eine Kippe. Keiner. Dann machen die anderen das genauso. Ne, die können die nicht. Wieso? Direkte Linie von Base Mitte zu Biss Mitte. Aber auf wen schießt du? Lass die Wöffel liegen? Ja, hier auf ihn da. Ne. Das geht nicht. Wie in den Palisaden. Die haben Sichtblocker. Ach so. Okay. Lass liegen und sag einfach auf wen du schießen möchtest. Ja, dann schießen wir auf ihn hier. Auf die Kippe. Schnecke. Zwei sind dritten. Ja, dann kannst du noch rerollen, ne? Die kann ich noch rerollen. Boah. Das ist schon verwundet. Nicht. Eine. Eine einzig. Wett minus eins. Eine. Vier. D3. D3 schauen, Robby. Ich seh's. Zwei. Zwei auf die sechs. Erst auf die fünf. Also erst auf die fünf. Auf die sechs. Wie hatten die noch? Fünf. Ohohohohoho. Okay. Trelot. Ich kann noch fernkampf. Stimmt. Fünf Attacken. Die sind unter live drauf hier. Komm Robby, ne? Fünf Attacken. Du stehst direkt vor den Würfel. Auf die... Auf wen denn, Robby? Auf die gleiche. Auf die gleiche. Okay. Einser Revolt. All das. Normalerweise würde er auf die zwei treffen, aber er hat ja minus eins auf die drei. Er hat jetzt auf die drei, genau. Und dann auf die? Drei. Zwei Stück. Wett. Vier. Die schon. Sechsen. Und was mit dem Fünferretter? Stimmt, Entschuldigung. Jetzt kommt hier sechs. Ne. Noch hinschauen. Ich glaube das war's. Mit Alariel wollen wir auch noch schießen. Oh ja. Oh ja. Oh. Das weiß ich noch nicht. Äh. Alariel auf ihn hier. Action check. Drei. Drei. Vier. Einser Rerollen. Einser Rerollen. Nein. Schade. Charge. Möchtet ihr irgendwelche Konrad an unserer Wurzeln? Die Wurzeln? Gut. Ich hab ihn noch. Die Wurzeln nicht rippen. Ne. Warum? Ist eh egal. Wurzeln rein. Machen wir doch einfach. Er hier. Da hinten. Also er charge. Fünf. Jupp. Da. Zieh. Will auch. Uh. Danke. Hol. Dann. Warte ganz kurz. Es passiert kurz was. Auf die 2 plus. Kriegt der D3 tödliche. Achso. Ja. Jupp. Die D3 tödliche. Drei. 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 Das war ein schöneres. Aber es kommt noch was schöneres. Warum sagst du das nicht? Einser nicht. Hast du einen Sechser noch schon gemacht? Mhm. Auf die 2 plus. Die D3 tödliche. Die D3 auch? Ja. Okay. Ja. Eine. Eine. Lauter Reflection auf die 2 plus. Die D3 tödliche. Mhm. Ja. Drei. Oh. Der läuft immer noch zu stark. Und nochmal ein Fünfer. Sechser jetzt. Einser. Auf die 2 plus. Kriegt der D3 tödliche. Oh nein. Boah. Nee. Krass. Das geht's nicht. Und das war das schönere jetzt? Das ist nochmal weg. Und hier auch 2 plus. Wieviel Zoll? Muss ich gleich mal gucken. 2 auf Plotkin ist durch. Auf 14. Ich mach mal auf 14. Wie viel ist das gemacht? Das ist ja 2. Das ist ja 2. 2 6er hat da. Keiner. Hier, die auch noch. Und dann Trelot auch noch. Trelot auch. út. Trelot auch. Trelot auch. Trelot auch. Trelot auch. Trelot. Trelot auch. Ja klar. Selbst wenn du eins abziehst, reicht es. Wow. So, reicht das bis zum Wald? Wie viel Zoll braucht die? Was ist denn mit dem Wald? Was ist denn mit dem Wald? So, Trelord, Ancient. Eine Eins haben wir schon mal. Wenn du noch eine Eins haben. Der würfelt kein Snake Eis. Sechs Zoll. Sechs reicht aber nicht. Für den Lord of Light reicht es aber. Wollen wir hier rein? Gucken wir, ob es hier reicht. Nein. Dann da hinten rein. Was haben wir noch? Geh weiter so und dreh dich so rum, dass du da... Das könnt ihr erst machen, wenn ihr peilt. Kannst du jetzt machen. Nein. Haben wir noch was? Habt ihr noch was? Ich gehe dir an. Wo willst du denn mit denen hin? Keine Ahnung, sind Schreien? Nein, lass sie da stehen. Okay, dann aktivieren wir zuerst. Spirits. Spirits. Der Spirit of Dotho gegen Archeon. Warum filmst du mich? Ähm. Zwei zusätzliche. Jep. Drei. Einsen darf ich wiederholen. Fünfen auch. Fünfen muss ich wiederholen. Der war auch schon wiederholt. Der trifft nicht. Mhm. Sechsen geben nichts, schade. Auf. Auf. Auf die drei. Drei Stück. Einen mit Renten minus vier. Und zwei normale mit Renten minus vier. Mach dir. Ähm. Die normalen. Mhm. Auf die... Vierens. Zwei nicht. Warte mal kurz, du musst... Der hat nur zwei normale gehabt. Ja. Du hast... Oh nein. Mach das mal den Schaden, vielleicht ist er ja sowieso tot. Willst du mal den Sechser? Weil der ist nämlich durch. Mach der D6? Ja. Zwei. 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 Warte jetzt. Jetzt. Mach nochmal Damage. Eins. Warte einlegen. Einlegen, warte. 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 Einer Attack auf die drei. Einsen darf ich wiederholen. Sechs. Und... Auf die... Drei. Drei. Mhm. Er steht. Okay, und steht noch. Hubbringer auf die Cable aktiviert. Und attackiert zu Rüscher. Es sind vier Attacken. Auf die dreien. Ui. Ui. Und nochmal verwunden auf die dreien. Naja. Ja. Komm. Ich hab auch hier Scheiße gewurzelt. Komm. Safe. D. Der Rambler ist eins. Safe. Bei den Dreier. Ja. Laber. Doch, der hat einen Dreier. D6 Attacken. Fünf. Das ist eins, oder? Ja. Vieren. Vieren. Eine. Rennen. 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 Aber einen nehmen. Ich dachte, die hat mich auf jeden Fall gefragt, ob die ein Vierer hat. Nein. Habe ich gesagt, ein Dreier. Wir müssen noch alle stampfen, haben wir vergessen. Vier plus. Vier plus. Ja. Du, Tu. Ja. Der Treelort. Ja. Warum hab ich das nicht lange gemacht? Ja, leider. Du musst für jeden Einzelwerfen. Achso. Machen wir für ihn, weil er am nächsten dran steht. Ja. Und sie. 1 Zoll ist nur, glaube ich. Nicht 3? Okay. Hm. Du suche nach der richtigen Lösung. Suche. Was ey. Noch innerhalb vom Dresshaus. Na siehste. Fortikus. Auch, alter. Alle Minos 1. Ich hab mich das nicht von Anfang an gemacht ey. Gut. Alle Minos 1 hätte die in der Reichweite waren. Super. So. Du hast jetzt entschieden, wie du aktivierst ey. Ancient. Ancient auf den Lord of Blights. Jawoll. Drei Attacken. Juuu. Auf die 3. Ja. Und auf die 3. Alle 3. Nicht schlecht. End minus 1. Sie hat einen 4er. Ja, sie hat einen 5er. Geht. Geht. Angriff. Komm wirfeln. 6, 11. Das ist ja nicht ernst. Die Arme. So. Das war's. 4 plus. 3 plus. Hast du 1 von Hit abgeschaut? Ja. Immer. Red Minos ist 2. Ne 1. Ne 2 wär cool. Ja. D3. 2. Und D3 plus 1. Oh. Putana. 4 plus. Oh nein. Nichts. Ende. Der Trelot. Trelot. Auf die Drohne. Vollgas. Weil er Minos einen Hit hat. 1, 0. Ne. Gut. Und die andere. Auch die 5. Kommt auf jeden Fall durch. Ja. Und auch die 2. Ja. 4. Ja. Minos 1 oder 2? 2. Durch. Wir schauen. 5 weiter. Steht. Ok. Trotzdem kann ich jetzt gucken, ob ich über den verbleibenden Mundwetz komme, um sie zu töten. Ne. Musst du das nicht machen, wenn du eine Verbründung hast? Muss ich eine Verbründung zeigen. Das geht ja jetzt nicht. Du hast ja keine Verbründung gemacht. Verena 1. Genau. Geht doch nicht. Ok. Was ihr seid. Geht doch mal ganz schnell. Da. Chaos Warriors attackieren den Kuna-Tanta. Den Stormcast auf die 2. 1 und wiederholen. Ist der jetzt ein Averageini geworden oder was? 2. Er würfelt 100 Würfel. Keine Ahnung was der da gemacht hat. Auf jeden Fall so nicht. Arion. Einer. Einer. Einschaben? Mhm. Ok. Ach die hatten 5 Stunden. Al Ariel. Los. 1, 2. Los Nils. Al Ariel. Haut auf die Schnecken. Ja warte lass mich gucken. Du bist doch der Nordhessens äh. Käferkönig. Silvernett. Nett. Ja. Silvernett. Silvernett. Ich sage nicht Silvernett. Ich sage nicht Silvernett. Silvernett. Ist mir so blöd. Silvernett. Mit Doppel T. Die sind aber nett. Hat sich schon mal jemand darüber aufgeregt ne? Ja ganz im Anfang. Ja und deswegen sage ich das auch so gerne. Da macht es noch viel mehr Schmerz. Ok. Alles auf die Schnecke. Silvernett. Komm auf die Schnecke. Los die Schnecke. Sie haben diese ein polnisches Stimmenswort. 4 Tacken auf die 3. Und auf die 4. 2. Keine Rent. Keine Rent. Nein. Läuft bei Al Ariel. Auf die 3. Von den Silvernett. Steht. Ok. 5 Tacken. Auf die 4. Das war nicht so gut. Auf die 3. Rent minus 2. Jetzt gibt es aber hier auf die Backen. 5. Viel Schaden. 2. 3. 10. 5. Komm mach sie weg. Secken. Mach sie doch einfach weg. Schade. Ich habe mich auch so gefreut. Er hat es überlebt eben. Archeon. Auf die 3. Auf die 3. Das nochmal jetzt mit Bunt. Ja. Auf die 3. Auf die 3. Ne. Das sind aber trotzdem 3 Stück. Mit Rampy minus 1. 3 Schaden. Ja. 2 Schaden. 3 Schaden. 2 Schaden. 2 Schaden. 2 Schaden. 2 Schaden. 2 Schaden. 5. 2 Schaden. 2 D6. 2 D6. 2 D6. Ne. Come on. Neun Stück. Auf die 4. Auf die 4. Auf die 4 auf die 4. Ne. Also jetzt auf die 5 auf die 4. Ne. 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 Nils. Ernsthaft? Keine. Einen haben wir noch. 5er. Ist er weg. Tot. Ja. Warum ist jetzt immer wegen 1? Auf den 3 Lord. 2 Attacken auf die 5. Ne. 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 2. Auf die 3. Auf die 2. Alle. Auf die 3. Eine. N-1. Fünfer. Ok. Mach mal. Gut. Rune auf die 3. Auf die 4. Ne. Auf die 3. 2. Drei Stück. N-1. 4. 2. 2 Schaden. 3. 3. 2. 4. 2. Kein Rant. Warum noch eine? 2 Schaden. Also ich glaube 3 Schaden. Wir haben festgestellt, dass die Blyte Kings auch noch drin stehen, deswegen einpallen, aber wir dürfen dann auch noch sie umhauen. Ja, klappt. 4 plus. Ja, warte. 3 plus 1. Minus 1. Safe. Okay. Wir sind hier am Ende der Kampfphase. Hast du doch gesagt. Nee, klappt doch auch wieder nicht. Ist doch gut so. Jetzt kommt der Battleshock. Battleshock. Das müssen wir nicht. Aber hier, ne? Nee, wir auch nicht. Wir haben gar nichts verloren. Wir haben gar nichts verloren. Nein. Inniewurf. Runde 4. Haben wir nicht 3 verloren durch den Links? Inniewurf. Inniewurf. Warte mal. Haben wir nicht 3 verloren? Habt ihr nicht bei denen 3 verloren? Ich hab keinen Rant. Auf jeden Fall. Dann eine. Läuft nicht weg. Läuft nicht weg. Ist mir jetzt egal. Wir. Drei Punkte. Für Team Bäumchen. Habe ich's heute. Hier in die Mitte 2. Und vorne ein. Steht es jetzt. 15. 18. Und Inniewurf haben wir gewonnen. Minieren die Innie. Das heißt, ihr dürft den Endeslo bewegen. Habt ihr gemacht. Und ihr dürft jetzt da 12. 12. Robi los. 12. 5 plus. Ach du liebes. Wie viele? Machst du das? 6. 5. 5. 1. 5. gar nicht so verkehrt jetzt machen wir weiter die blight kings heilen sich auf die sechs selber ja die heilen sich um zwei sein voll voll der die heilen den spoon macht die sechs nein die machen dem äh entschuldigung auf die sechs rolle liebe natürliche zwei und heilen die drohne und rotigus rotigus heilt sich um d3 automatisch gewollt 3 17 16 aha für mich misshandelt jetzt er hat sich um d3 17 prima ballerina da drüben kann der hier heilt sich um eins der ist voll sie heilt sich auf die sechs ja ich mache hier vorne die heilen sich auf die sechs selber heilen auf die sechs die blight kings die beiden heilen sie auf die sechs gut hier die blight kings machen jetzt die kohle tante die hier oben nein die kohle tante hier unten nein der trillot nein und die triaden nein ich war ebenso gut damit aber die power weg jetzt ja stimmt ja mal gar nicht drinnen kann schon sein weiter geht's was machen wir hier in der heldenphase oh nein wir markieren nicht mehr wir kommen erst mal ein komment freund kommentability vom klott gehen attrackswert erhöhen in der nähe dann fangen wir an mit stoß für den zauber von rotigus auf die sieben kommt in der sieben wann ich wollte zehn gewandt sehr gut wir machen wir solchen schau hier hinten auf die sechs sechs sieben schau hier hinten wir machen aber wenn ich mir mit allein zwischen zwölft handt sich zu treib dir aber gar ein bisschen weiter scheibe drehen mit ihm scheibe drehen mit klott gehen auf die sieben kommt Walter Wecken würfel mal bitte hier auf die 5 für 3 Dinger jetzt kriegen 3 stück die hier die natürliche 2 auf die 5 auf die 6 1 einschauen sieben beide gehts Klotkin würfeln eine der hat nur noch einen 6er Retter steht ja dann hat die Reichweite von ihm nicht schlechter geworden dann hier ihn hier auf 7 dann ist der der kriegt ja noch einen Schau mehr der ist zu nehm die ist nur noch 1 Zoll ne das ist nix mehr okay oder? 1 Zoll noch ja gebe ich die Pocken vom Rotigus 6 kommt das mit der 6? ähm ne 7 ok und als letztes noch ähm Klotkin klingt der Fäulnis oder an kein Bolt? Kannste aussuchen an kein Bolt klingt der Fäulnis? klingt der Fäulnis? nein sehr gut oder den Lott? Lightlott gewählt auch? Lightlott? ne ne ok auf der Flitsch, sorry ne zum ersten Beispiel nicht so jetzt Bewegung ich hab gar nichts mehr Fernkampf Klotkin schießt auf den Tücher 3 plus ui schade die Drohne hier vorne schießt auf den Tücher 4 3 1 1 1 1 Schaden ne 3 nicht schlecht gut die 3 schießen auf den Ancient oder passen die auf den hinten hin? 1 2 können auf den gut 2 auf den hinten hin, auf die 4 auf die 3 nein und auf den Tücherdott Ancient nein nö Blackloch Katapulte schießt da auf die 3 ne lieber nicht also er will den Tücherdott den Tücherdott den Tücherdott den Tücherdott den Tücherdott komm los schießt hier ich bin noch drauf auf gehts live auf gehts schießt auf die Tücherdott minus 1 plus 1 stopp mal du kannst auch schießt auf die ne ich schießt auf ihn du hast recht ich schießt auf den Tücherdott ich schießt auf den Tücherdott dann auf die 3 ja rate minus 2 ok charge Phase die Blackdoors chargen 5 schick kannst du den anderen bitte so zu der anderen dass ich auf die anderen schlagen kann ja nächste der die pass auf ne so nicht stell da einfach wenn das 5 ist fliegt er da runter und wir können dann eh noch heilen Lot of Affliction 7 die Tücher weg haben dann da rein und die Blackings noch hinterher 9 Lotkin auch Lotkin Manuel Manuel Lotkin Ronald ich glaub das schafft 4 reicht oder? ne ich glaub nicht 4 reicht klar hier da runter gut muss halt vom Haus runter ne das steht einfach hin ich glaub das reicht 2 runter ja geht auch noch jemand wir haben nix mehr noch Drohnen auf die 9 los Drohnen ja ne ne schade gut dann zuhauen beginn der Nachkampfphase Trisha kriegt minus 1 save ja da wird zuerst auf Trisha gehauen mit den jawohl 4 attacken auf die 3 1 wiederholen und auf die 3 2 stück ramp minus 1 5er d3 1 1 weiter gehts 3 attacken auf die 3 2 auf die 3 2 stück kein rent 4er 1 einschaden 2 attacken auf die 4 auf die 3 ramp minus 1 5er d3 d3 und nochmal 2 schaden ja 2 attacken auf die 4 auf die 3 ramp minus 2 2 2 2 2 4 schaden insgesamt 1 2 1 2 2 3 lord stamp ins boom wir wollten lightkings nein fliege nein wir machen auch mal auf die 4 plus ob er seine hauptwaffe überhaupt nehmen kann genau auf die 4 plus darf er seine hauptwaffe nicht benutzen ne ok dann haut er auch zu wie schön gewesen er hat 10 wunden nein hat er nicht er hat 9 wunden gesuppert also hat er noch 2 attacken oh das ist aber viel 3 ja aber trifft beide 3 achso er haut auf den helden ja beide ja beide 5er 5er ich glaube er hat einen 3er stimmt er hat einen 3er jetzt hat er einen 4er ja eine d6 was 4 der geht oh stark der geht der geht der geht auf die 4 plus gibt es die 3 tödliche ja d3 tödliche 3 wow das ist karma los sieben attacken hat er ne ja sieben 5 plus 5 plus kreftanschläge hast du hab ich doch auf die 5 plus die 5 plus noch mal 2 attacken los 4 plus eine red minus 1 ui die 3 3 3 noch mal 4 attacken die rennen eh schon weg auf die 4 auf die 4 2 stück red minus 1 2 durch ne eine nur echt jetzt eine ist durch D3 eine eine zwei würfel wenn die über deine brave sind musst du eins von den hitballs abziehen Alariel ne und triad ne ich glaube ich brave 6 ich habe mich immer schon gewundert da hinten der warum wird der nicht keiner auf die spiel weil da keiner kommt ja kippe der oberst gibt keine kippe 3 stück 4 naja 3 stück komplette schwachse manchmal ja aber 5 ne 2 geschafft 2 schaden dann geht einer einer noch ein Leben yeah mit Ansage nicht der hat auch noch 2 Leben ne der wird noch weggestampft pass mal auf noch ein Leben ja nächster ihr seid nur irgendwie nicht gechargt aber stehen gut die Nörglinge moink 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 die wegen sich auch genauso moink moink die wegen sich auch genauso moink moink leidlots leidlots sieben ab oh wir kriegen keinen minus ein hit 8 attacken ja 8 attacken 3 plus 1 review roll 2 am h6 top top 2 2 D6 5 3 plus 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 n ne mua das kipp 3 3 3 3 ok nächste attacke die Toskine die Toskine äh für insgesamt jede eine 2 auf die 4 auf die 3 nö ne und 4 attacken auf die 3 ne noch 2 attacken entschuldigung und nochmal auf die 3 Bob 4 rent kein rent ist tot ja was ist da jetzt los? wir könnten einen Triaden angreifen aber das macht könnte macht ja keinen Sinn 1 2 3 wegen den 2 diagonalen äh 2 gegenüberliegenden die beiden da hinten volle Punktzahl ja ich will noch kurz hin einmal noch mit dem Black Kings und dann der ist heiß wie fritten und dann äh ja dann hat sich das erledigt glaube ich hier jetzt einer um halb vier der möchte noch hören also wir sehen uns im Postgame 4 Uhr viertel vor vier und mein Bier ist leer ist richtig scheiße kacke es gibt eigentlich nur eine Schlachtrunde eigentlich eigentlich aber eigentlich zu Recht wäre danach noch unseren Zug und dann noch eine Schlachtrunde ja aber verständlicherweise äh hat Robito Nils aufgegeben auch eben das Spiel beendet aber war äh immens geiles Spiel also ob es jetzt erste, zweite, dritte Runde war für den Sieger auf jeden Fall ja so ich fand man konnte die ganze Zeit stand das Spiel auf dem Messerschneid das hätte sich in alle Richtungen entwickeln können ja das stimmt schon also ich finde das schon 5000 Punkte die waren schon mal ordentlich eure Liste war schon ein richtig cool ausgelegt finde ich gegenüber Chaos warum tosten jetzt ab? warum tosten jetzt ab? warum tosten dann? der Manu sieht das so ähnlich wie ich zum Glück ja also Nils und Robert machen sich ein bisschen schlechter aber es waren jetzt nicht so schlecht also was heißt schlechter nein war mit Sicherheit gut aber ich habe es eben zu Manu schon gesagt dadurch dass ich so lange keine Alls gespielt habe ich blick halt einfach überhaupt nicht mehr in Deutsch und dadurch war mein Spielspaß relativ gering 5000 Punkte ist aber heftig das war einfach für mich das war das war viel also mir war es zu viel ja also mir hat es wirklich jetzt so im Nachhinein das hat mir jetzt so ein bisschen den AOS-Hype wieder versaut echt jetzt? ja aber es war halt einfach zu viel das sind so viel es sind doch viele Regeln Silvana spielt ja auch ja ich habe ein halbes Jahr kein AOS gespielt und jetzt kommt sowas also AOS das ändert ja nichts an dem Spiel das AOS Spaß macht aber das war einfach zu viel für den Anfang jetzt wieder das sind noch viele Regeln Silvana hat gerade in die Heldenphase zieht sich alleine schon mit einer Eier und greift eine Stunde fast ja durch die ganzen Fähigkeiten Zauber, Wälderrücken hier und da Wälderrücken, genau lange Äste rumkatapultieren ja und meine Spielfehler dabei Geheimwaffe aus Nordhessen also die männliche Eiche Nils mit der polierten Baumkrone und den dicken Ast und den kleinen Nissen die kleine Nissen wurde heute gefailt ne ich steh noch wo steht er? du hast gefailt ich was weiß ich ich stand auf meinem Hochsitz und hab zugeguckt du warst ein junger Sprössling und musst umgefeilen ähm ich bin einfach nie ja wir haben Spielfehler gemacht das ist halt keine Ahnung ja klar also ja gut so ein paar mit am Anfang ja die Trier Binance haben wir einfach komplett vergeudet die hätten wir weiter hinten aber haben wir so viele wirklich richtig massive Spielfehler gemacht ja Trier Binance war doof aber da habt ihr zum Beispiel das mit Treesha richtig gut ausgewogen die hat jedes Mal mega wirken können ja das war gut also das war gut und ansonsten wurde halt durch diesen Indiewurf und so da wurde dann halt jetzt nochmal was entschieden war gut dass ihr den Indiewurf habt und von daher das gehört doch nicht sonst haben wir ja nichts ja ihr seid mega schnell mittlerweile auch also ja sind sie auch durch die Bäume also ich find sie auch mega schnell gewonnen ja also sie sind eigentlich fast schneller als Lennon ja der macht geiles ja also mittlerweile aber drei Duotos sind auch schon mal ne Ansage ja der hat drei Leben verloren und er macht immer noch die sechs Schaden ja drei Leben hat er verloren und die sechs Schaden das ist schon heftig ja schon ne Waffe also was richtig krass ist hat man beim Spiel auch wieder gemerkt diese Triaden die die ballern das Spielfeld zu da kommt man einfach nicht durch die ganze Leben und selten wir hätten viel mehr Triaden spielen da muss man erstmal durch das denkt sich am Anfang denkt man immer das ist nicht so viel oder sieht nicht so heftig aus da muss man erstmal durch 30er Block zwei Stück das macht schon was aus da verweilt man schon mal ein bisschen dran verweilt man das war bis zum Schluss fast jetzt ne auf der einen Seite hätte ich das ja auch stellen können ne also so 60 Backbüber oder was genau wir haben den Fokus ein bisschen auf die Awardbringers gelegt ja das war sein Wunsch ja sein Wunsch war dass wir einen neuen mit Bögen spielen und wir haben Hortikolus mal gespielt Hortikolux bestes Modell geiles Modell kleines Schneckchen durch den hatten wir den zweiten Ball super super geiles Ding ne super also wenn euch natürlich noch was auch gefallen ist was wir so an Regelfedern Spielfehlern vielleicht gemacht haben lasst uns wissen was kann man auch besser machen was hätte man auch maximieren können was hätten die beiden verbraucht es ist unwahrscheinlich dass das passiert ist wenn ich jetzt dabei war aber du hast die zwei auch immer für die Regelfedern ironie aus auch die Wald aus dem eingeworbenen Waffe aus dem Harz da drüben ich bin nicht annähernd aus dem Harz nicht annähernd ja ich hab vorhin also das ist ja meine Geheimwaffe gewesen das war ja das einfach nordhessische Waldschreck und und Waldschratt vielleicht auch noch Waldschreck aber leider war ein Rohrkrippierer wobei was man noch sagen kann ist auf jeden Fall dass die Endlesspails sich auf jeden Fall beide gelohnt haben beide Endlesspails waren geil für 20 oder 30 Punkte also ich hab Palisade noch nie gespielt ich auch noch nie supergeil das war die wo du dann immer testen musst auf die 5 gut dass wir ihn noch gefunden haben ja auch die Swords mit 20 Punkte ganz ohne mit Swords kam immer mit ja wir hätten die fast vergessen den Zauber zu überführen ja probel jetzt wie siehts aus wollen wir euch auch mal hier die Geschwerte da hinstellen ja Stand da ja cool also Endlesspails spielen wir eigentlich noch fast zu wenig muss man mal sagen die sind viel zu schlecht gerade wenn man so eine zauberlastige Amir spielt ja gerade hier hätte vielleicht auch noch ein paar aufstellen können ein bisschen mehr Flexibilität dabei nicht schlecht nicht schlecht echt jetzt den haben wir aber auch gebraucht ja das war schon ganz praktisch dass wir den hatten also es hat sich sehr gezogen jetzt weil es hat echt 5.000 Punkte gezielt sich sehr aber ich fand es sehr spannend hat auch in mir sehr viel Spaß gemacht ja und so 5.000 Punkte war um ein Spielfeld zu sehen und zu spielen das ist schon mal ein das gibt's auch nicht ne das macht man nicht so häufig und wir dachten uns für euch vielen Dank nämlich für 500 Abos machen wir mal 5.000 Punkte hauen uns mal alles was fällt mit 4 Spielern mal was ordentliches für 1.000 natürlich noch was anderes einfallen lassen oh 10.000 wie haben wir das da gibt's da gibt's ein 40k Apokalypse stellen wir alle 3 alle 500 Punkte so was andere alle Tische aneinander oder wir spielen 40k mit AOS zusammen ja also nur Demons ne das war ja schon mal so ein kleines äh das ist witzig bestimmt überrascht euch dann damit das dauert ja noch je nachdem wie lange ihr braucht wenn ihr das Video guckt und es euch gefallen hat und ihr auf den Daumen klickt und uns abonniert die ihr schon abonniert haben keine Ahnung hast du mal gelesen hast du mal gelesen was ist das wer oder was ist das alles klar dann bis bald vielen Dank fürs Zuschauen abonnieren nicht vergessen wir danken euch Tschüsschen bye bye